Ja, und wir sind live. Herzlich willkommen zur virtuellen Studioszene 2020. Heute am zweiten Tag, 10 Uhr morgens, mit dem Thema Mastering analog und digital. Und ich habe den Roy Recklis vom Monoposto Studio aus Düsseldorf hier gerade mit in der Leitung, der uns heute ein bisschen was zu dem Thema erzählen möchte. Roy, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, lass uns mal einsteigen. Erzähl doch mal den Zuschauern grob, was machst du bei Monoposto? Vielleicht so ganz kurz ein Abriss, wie bist du da hingekommen, bevor wir dann einsteigen und uns das Material angucken, was du mitgebracht hast. Die kurze Video. Erstmal, hi Stefan, danke, dass ihr mich dabei lassen seid, haben dürft. Nee, genau. Mein Name ist Roy Recklis. Ich arbeite im Monoposto Mastering in Düsseldorf. Das ist ein Studio, das kennt man vor allem für Sachen wie die Toten Hosen, Wir sind Helden, Ich und Ich, früher mal alles oder jetzt. Man kann natürlich so Sachen wie Robin Schulz, David Guetta, Annemar Kante Reit und Co. Und wie bin ich da gelandet? Ich hatte nach dem Abi an der SAE in Köln studiert, wo wir beide uns auch kennengelernt haben. So ist das, wir kennen uns, geht schon ein bisschen zurück. Genau, es geht schon ein bisschen zurück und ich hatte ja parallel zum Studium immer auch bei euch in den Galaxy Studios, das ist so schön, wie man es im Hintergrund sieht bei dir. Gearbeitet, gejobbt, geschnibbelt und bin auch in Gottesdienst Studio A gewesen als Assistent etc. pp. Und die haben ihre Sachen halt immer noch Düsseldorf geschickt zum Mastern. Und ich wusste nicht, was Mastering ist. Also man wusste grob, was Mastering ist, aber eigentlich wusste man damals nicht so wirklich, was Mastering ist. Das war immer so schwarze Kunst. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, klopf es mal an und fragst mal, ob du vorbeikommen kannst und ein Praktikum machen kannst. Und dann habe ich da auch ein Praktikum gemacht und bin dann tatsächlich da geblieben. Und das ist jetzt sechs oder sieben Jahre her. Genau. Genau, und wir saßen da auch schon mal zusammen und haben uns dann Songs angehört, Master durchgegangen und so weiter. So die übliche Geschichte. Und jetzt sitzt du aber zu Hause und sitzt gar nicht in Düsseldorf in eurem schönen Studio, sondern du sitzt in Ratingen. Genau, ich sitze gerade in Ratingen, hat den Grund, dieses Jahr gab es ja oder gibt es ja Corona. Und wir haben in Monoposto eine Regie, die wir uns quasi teilen. Und da wollten wir uns noch ein bisschen aus dem Weg gehen und Abstand halten, sage ich mal. Dann habe ich halt angefangen, den Hobbyraum, den ich hier zu Hause hatte, wo ich immer so Privatmusik gemacht habe, akustisch wirklich auszubauen, wirklich zu vermessen, gucken, was muss ich hier machen. Hab mir Full Range Monitoring gestellt, hab mein Equipment irgendwann nach Hause geholt und mache tatsächlich mittlerweile auch sehr viel von hier. Was auch den Vorteil hat, dass wir halt auch schön parallel arbeiten können. oder paralleler arbeiten, neu flexibler sind, was die Aufteilung in Monoposto angeht oder hier. Ja, sehr schön. Und das heißt, wenn du dann zu Hause masterst, wie war dieser Umstieg? Ich meine, du hast gesagt, du hast deine Geräte rübergeholt, den Raum fertig gemacht. Ich meine, das hat man ja nicht im März mal eben in einer Woche erledigt. Das wird ja schon so eine Phase gewesen sein. Ja, genau. Also eigentlich angefangen habe ich damit sogar schon im Januar parallel, eigentlich nur, weil ich dann hier ordentliche Musik machen wollte für mich, privat so Hobby-mäßig. Aber irgendwann hat sich herausgestellt, okay, von hier zu arbeiten wäre einfach viel pragmatischer dann auch noch. Und dann hat man halt angefangen, okay, erstmal Monitor getestet. Ich habe mir diverse hier hinkommen lassen, habe geguckt, welche passen da ein bisschen zum Raum, was muss ich dann akustisch machen, habe die Decke hier abgehangen über mir, die Reflexionspunkte alle bearbeitet und ganz am Ende sogar noch mit Sonarworks ein bisschen was abgemessen, was da relativ gut funktioniert, weil ich brauche ein Mastering, ich habe ja keine Latenzprobleme wie im Recording-Studio, deswegen kann ich da eigentlich ganz gut mit arbeiten und das funktioniert auch ganz gut. Und dann kam die große Testphase, welchen Wandler holt man sich, da war ich erstmal nicht zufrieden, habe eine ganze Zeit lang hier komplett digital gearbeitet und geguckt, dass ich, was ich eigentlich im Monoposto komplett analog mache, hier komplett digital mache und wie schaffe ich, dass das kein großer Unterschied ist oder dass ich halt zu einem ähnlichen Ergebnis komme. Und genau, und jetzt habe ich mich für einen Wandler entschieden und bin dann mittlerweile komplett mit meinen Geräten hier rüber und arbeite hier auch hybrid, genau wie im Monoposto auch. Also gibt es die analoge Kette genauso wie die digitalen Tools. Und wenn du da ausprobiert hast mit dem digitalen Master, wie komme ich da dran, dann stelle ich mir sowas vor, keine Ahnung, ich habe beispielsweise, ich habe einen Curve-Bender, einen Curve-Bender gibt es auch von Softube oder über UAD von Softube, den kann man dann aufmachen, die gleichen Einstellungen kann sich das anhören, aber es wird natürlich doch nicht ganz so sein, wie das, was man da eigentlich hat. Das heißt, guckt man nach Alternativen und guckt so ein bisschen, naja, ich suche halt einfach nach einem Master-EQ oder ich suche nach einem Kompressor, der dann diesen Effekt erzielt und geht dann wirklich alles durch, was so, weiß ich nicht, ein Opto-Kompressor sein soll beispielsweise? Nicht zwingend. Also ich unterscheide immer ganz gerne zwischen Geräten, die in erster Linie erstmal gar nicht färben, die wir im Master benutzen, wo ich einfach nur mit arbeiten möchte, ohne dass man es quasi hört. Das ist vor allem für die Mixer oder für die Leute, die sagen, okay, das ist mein Mix, bitte fasse ihn so wenig wie möglich an, aber bringe ihn auf die Lautstärke, das geht natürlich nicht, man fasst ihn trotzdem viel an, aber das ist halt trotzdem so, klingt wie vorher. Und dann gibt es halt die Geräte wie der Curveband und sowas, die ja zum Färben da sind, wo ich sage, okay, ich nehme einen breiten Pinsel, ich will das Bild schön einfärben und sage, ich will dem einen Charakter geben. Und da gucke ich vor allem, oder da habe ich dann vor allem geguckt, was passiert eigentlich mit dem Audiosignal, wenn ich ein Massive Passive mit reinnehme, zum Beispiel. Also was passiert mit den Transienten, was passiert mit den Höhen, gibt es da irgendeine Art von Sättigung, wenn ich den heißer anfahre oder nicht und all sowas. Und das habe ich dann eher versucht, aufs Digitale zu übertragen. Sprich, das, was für die meisten halt so extrem analog klingt, ist vor allem sowas wie, dass wir weniger Höhen haben als in den digitalen Wert, sage ich jetzt einfach mal. Also wir haben nicht weniger Höhen, aber man hat halt diesen typischen Schleifeffekt ab, ich sage mal, 8K aufwärts. Und man kennt das vom Band, man kennt das vom Vinyl, da kann man die Höhen ja eh nicht schneiden, also auf die Vinyl pressen. Und dann habe ich überlegt, okay, wie simuliere ich das? Kann ich quasi mit High Frequency Limitern, also mit DSern oder mit EQs, das Höhenband so verändern, dass es dann eigentlich genauso klingt, wie wenn ich analog gearbeitet hätte? Oder schaffe ich es mit irgendeinem anderen Tool dann irgendwie, die Transienten so zu schleifen, wie das das analoge Gerät machen würde? Und dann gucke ich halt einfach, genau, wie komme ich da hin, was passiert? Habe sehr viel verglichen, habe anfangs sehr viel Master, die ich im Monoproso gemacht habe, hier zu Hause nachgebaut oder versucht nachzubauen und habe dann halt, ja, mich da so Stück für Stück rangearbeitet, sage ich mal. Und digital ein gutes Ergebnis zu machen, ist heute relativ einfach, sage ich einfach mal, weil die Plugins sind ja mittlerweile richtig gut. Klar, Curvebender Plugin klingt nicht wie ein Curvebender, Massive-Passive-Plugin klingt nicht wie ein Massive-Passive und so weiter und so fort. Aber, ja, der Charakter ist schon irgendwie da. Und versuche ich mich hier ja auch gar nicht, dass irgendwie großartig mit Emulationen rumzuschlagen, sondern gucke ja wirklich eher viel pragmatischer. Habe ich einen digitalen EQ, der mir die Flexibilität gibt, die Schritte, die nötig sind, zu machen? Also meistens habe ich auch nur ein FabFitter ProQ drin oder so, oder ein Equilibrium oder was auch immer wir gleich sehen werden. Also es geht eher um die, also ich werde, du merkst halt, du hast eine gewisse Sättigung oder du hast eine gewisse Klangfarbenveränderung und da guckst du halt, welches Tool bringt dich dann irgendwie dahin. Also es war zum Beispiel bei mir auch, das war bei mir auch dieser Moment eigentlich, wo die Kreditkarte gezückt wurde. Wenn du irgendwelche Geräte hast und die sind im Bypass und dann schaltest du die rein, ohne dass sie irgendetwas tun und du denkst, oh, irgendwie ist das geiler, was da jetzt gerade passiert, dann ist das für mich schon so ein Moment, dass ich denke, ja super, da sollte das eigentlich auch tun, wenn ich das vergleiche mit, naja, bei der Aufnahme mit Preamps, die eine bestimmte Klangfarbe dem Mikro geben und halt nicht einfach eins zu eins versuchen, das möglichst neutral zu übertragen, weil das halt bestimmten Instrumenten dann gut tut. Und beim Mastering ist es ja eigentlich auch das gleiche Spiel. Wenn ich weiß, dass ich kann bestimmte Effekte erzeugen, wenn ich was da durchschicke, habe ich schon mal kein Problem mit übermäßigen S-Lauten oder der nimmt so ein bisschen was an Präsenz raus oder der gibt dem ein bisschen was an Tiefmitten dazu und nimmt die störenden Mitten ein Stück weit zurück oder sowas, dann ist das ja oft schon sein Geld wert. Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man kommt analog einfacher ans Ziel, weil das analoge Equipment, das arbeitet mit dir, sage ich mal. Aber ich habe immer das Gefühl, dass man digital immer gegen die digitale Null arbeitet. Also man arbeitet immer gegen einen Headroom, den man analog natürlich nicht so hat, weil da kannst du ja auch weit über Null mal fahren oder sonst was und dann gibt es halt eine Art Sättigung oder sonst was, aber kein hartes Clipping, was halt nicht fies klingt. Und ich unterscheide auch immer zwischen Tracks, okay, die brauchen jetzt, keine Ahnung, einen Transformer oder einen Röhrensound oder sonst was, was dem Track jetzt irgendwie hilft oder ich habe halt einen Track, den ich so clean wie möglich rüberbringen möchte, was halt bei modernen Popproduktionen oft der Fall ist, weil die diesen Vibe gar nicht haben wollen. Und dementsprechend muss ich halt auch immer entscheiden, okay, ich habe einen Track mitgebracht, den zeige ich gleich. Da geht es halt eher darum, möglichst clean zu sein, aber auch da habe ich eine Simulation mit drin zum Beispiel, wird man gleich sehen. Und dann habe ich aber noch einen Track mitgebracht, das ist eine Jazzpopproduktion, da geht es halt eher darum, da brauchen wir einen Vibe. Und da geht es halt vor allem darum, zu gucken, welches Gear benutze ich, mit welchen Transformern, weil ich weiß, wie die klingen und was hilft mir da voranzukommen, was macht den Bass automatisch tighter, was macht den 3K-Bereich vielleicht ein bisschen smoother und so gedöhnt. Ja, wunderbar. Gucke ich halt, wo wir reinsteigen. Ja, dann lass uns doch mal direkt reinspringen. Dann gucken wir doch mal rein. Du machst das, du hast als DAW hier Cubase gerade am Start. Und genau, im Studio arbeite ich normalerweise auf dem CD-System, weil ich da auch das ganze Authoring machen kann, wie die Codes von den Labels eintragen und auch schon Images für die Presswerke fertig machen. Ja. Ich mache auch Werbung nebenbei noch und da wird in der Agentur mit Cubase gearbeitet, deswegen habe ich jetzt auch Cubase drauf, da kann man sich besser die Sessions hin und her schieben. Und da ich von hier aus dann gar kein Authoring mache, sondern das dann immer im Studio mache, war das eigentlich ganz angenehm, habe das einfach übernommen. Das ist ja auch immer noch so, also obwohl du nicht so oft jetzt im Studio bist, die Authoring-Geschichten, wenn es jetzt tatsächlich eine CD werden würde, die machst du dann im Studio. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Authoring-Geschichte an sich geht sehr zurück, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich habe dieses Jahr bei zwei Alben ESC-Codes, also die Codes für, wo man sieht, wo was verkauft wurde, eingetragen. Die meistens machen das die Plattenfirmen mittlerweile selber. Also zum Beispiel jetzt auch die Single, die jetzt hier ist, das ist die Gruppe Boy 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 und Max Lean. Max Lean kennt man vielleicht sogar. Da habe ich nichts eingetragen, das hat dann Contour später gemacht, also das Wort bei Contour veröffentlicht. Und das hat dann da irgendeiner eingetragen, deswegen, das wird immer weniger, habe ich das Gefühl. Aber es ist wahrscheinlich auch mehr, dass du Singles masterst oder vielleicht ist es mal irgendwie eine EP oder es sind drei Tracks oder irgendwie so und jetzt nicht unbedingt das klassische Album, wo du das PQ-Editing eh vornimmst, um nochmal zu gucken, wie die Pausen sind, wie die Anfänge und die Abstände und so weiter sind. Ja, das hat sich auch vor allem über die letzten zwei Jahre sehr verändert. Ich sehe so eine Tendenz, dass man mehr Singles macht, wenn ich Singles habe, was Spotify und Co. rausgehauen. Und wenn man dann eine gewisse Anzahl von Singles fertig hat, stellen wir meistens noch ein Album irgendwie zusammen. Aber das klassische Album, das wird weniger, habe ich das Gefühl. Also da habe ich dieses Jahr deutlich weniger gemacht als sonst, aber dafür deutlich mehr Einzeltracks. Wobei das wahrscheinlich auch eine Schwierigkeit ist, wenn über den Zeitraum von zwei Jahren Singles veröffentlicht werden oder vielleicht auch drei Jahre und dann wird gesagt, so jetzt machen wir ein Album, wird ja wahrscheinlich eine Art Remastering deutlich anfallen können, je nachdem. Also vielleicht die erste Single wird noch so richtig gegen die Wand gefahren und klanglich ändert sich das vielleicht ein kleines bisschen, oder? Kommt immer aufs Team an. Also es gibt Künstler, da haben wir auch teilweise über zwei Jahre wirklich was gemacht und da hieß es dann, immer an dem davor orientieren, weil es tut sich momentan auch stilistisch nicht so viel, sage ich mal. Es ist immer mehr Bässe, immer mehr Höhen, aber da haben wir jetzt auch, glaube ich, wieder eine Grenze erreicht. Und deswegen passen die mir ganz gut zusammen. Aber ich habe auch einen Künstler, für den habe ich noch, ich glaube, 28 Tracks, die noch nicht veröffentlicht sind, noch hier rumliegen, die jetzt so nach und nach noch rauskommen. Also sie sind quasi schon fertig. Also sie hat quasi schon zwei Alben vorproduziert und jetzt werden die immer so häppchenweise rausgehauen. Also es ist unterschiedlich. Ja, okay. Gut, so, genug der Rede. Jetzt geht's ab, her mit der Session. Genau, das ist der Track Trigger von Apollo Boy und Max Lean, erschienen auf Contour. Ich habe jetzt mal die, es war ein Stemmaster und ich habe die Stems dabei, damit wir uns auch mal angucken können, wie gehe ich mit Gainstaging vor. Wenn ich Stems benutze, was mache ich da? Da hatte ich auch mal im Podcast vor zwei, drei Wochen drüber geredet, im Soundrecording-Podcast. Ich habe dann hier unten einmal das digitale, fertige Master liegen, das ich auch hier gemacht habe. Habe dann einmal, weil wir natürlich heute wissen wollen, wo sind die Unterschiede, das Ding einmal analog nachgebaut. Und ich habe den Original-Mix hier liegen, was in dem Fall ein Producer-Master ist, weil heute ist es auch, oder bei der Pop-Welt, sage ich mal, es ist heute auch so üblich, dass Plattenfirmen und Künstler gar nicht mehr den richtigen Mix kennen, sondern immer den Mix mit Limiter, also immer das Laute. Und der JSON-OK, das ist der Produzent von der Platte, der arbeitet auch zum Beispiel ab einem gewissen Punkt immer mit Limiter. Das heißt, am Ende vergleichen alle mit der Version und nicht mit dem Mix, deswegen ist die in dem Sinne, in dem Fall wichtiger. Kannst du vielleicht einmal kurz die Stems, einmal nur kurz auflisten, also was da so angeflogen kam bei dir? Das ist in dem Fall tatsächlich sehr viel gewesen, das ist mehr als üblich, einfach weil sie die Sicherheit haben wollten oder die Freiheit haben wollten, auch eventuell später nochmal Stems zu tauschen. Das kommt auch öfter mal vor. Und ich habe die Sachen jetzt nicht für mich sortiert, sondern ich bin da ganz pragmatisch. Ich lasse die immer so, wie sie benannt waren, weil wenn später Spuren ausgetauscht werden, kann ich einfach Drag und Drop machen und muss nicht immer Spuren sortieren. Das ist einfach so eine persönliche Referenz von mir. Also wenn es jetzt mal ein Mix wäre, würde ich die anders sortieren, aber wie gesagt, wenn er jetzt sagt, hier kommt noch ein Rutsch in neue Stems oder nochmal ein Extended Mix oder sowas, dann könnte ich die hier neben schmeißen, hätte die dann in der gleichen Reihenfolge direkt und hätte mir einfach Zeit gespart. Deswegen sind sie jetzt in der Reihenfolge. In dem Fall haben wir hier ein Bass-Stem mit einem Synthi-Bass, Claps und Snare von den Drums, dann haben wir hier eine Kick. Tops sind so Sachen wie Hi-Hats und Shake-Hounds und Gedöns. Dann haben wir tatsächlich hier die Hallräume der Vocals, Gitarren, Sound-Effekte sind alles, was so Riser, Wishes, Uplifter, genau, alles sowas. Synth & Keys sind dann alle weiteren Pads, Steps, Pianos und Co. Backing-Vocals, nochmal Vocal-Effekts, Lead-Vocals und unten nochmal ein 808-Bass, der nur im Chorus spielt. Und darum ging es auch hier teilweise, man sieht es auch schon, den habe ich auch, da habe ich auch schon die Stems benutzt oder bearbeitet, einzeln bearbeitet, weil es ging hier hauptsächlich darum, auch den Bass mit der 808 und der Kick zu leveln. Das ist eigentlich immer so das Hauptproblem. Also die meisten, oder was heißt die meisten, ja das ist kein Problem, aber das, was die meisten Leute bei sich in den Reginen nicht hören, wenn es keine gut ausgebauten Reginen sind oder wenn man halt nur zu kleine Speaker hat, ist halt immer das Typische der Bassbereich. Man hört den Bass nicht, man dreht zu viel rein, man dreht zu wenig rein, je nachdem. Und ich habe auch das Gefühl, dass obere Mitten immer ein Thema sind. Das werden wir auch gleich sehen. Genau, normalerweise habe ich die Spuren immer auf meinen Monitor-Controller geroutet und könnte dann da immer AB schalten. Das kann ich jetzt nicht machen, weil wir ja streamen und deswegen muss ich hier mal über Solo hin und her schalten und da ist mir aufgefallen, dass wir extreme Latenzen auf einmal kriegen. Deswegen habe ich die Plankens-Mail eben ausgemacht auf dem Master und habe das digitale einmal zum Hören und Vergleichen hier unten hingelegt, damit wir Latenzfrei hin und her schalten können. Ich würde sagen, wir hören das Release da einfach mal rein. Das Release ist tatsächlich das Digitale und genau, ich spüre mal bis nach dem ersten Drop und dann reden wir darüber. Okay. Bis zum nächsten Mal. ich glaube ich da mal genau es geht darum wir arbeiten pop track der ein bisschen trappig angelegt ist was den bass angeht gar nicht so was die heils und so angeht aber sind das bereich angeht mit einer frauenstimme die sehr höhenreich ist und sehr hat sich auf den track draufsetzt sagt jetzt einfach mal und ich habe hin und her als producer master habe ich dann quasi das bekomme ich spiele es mal nur den pre choros und drop schau mal zuschnecht her und her genau man merkt quasi der ist ein guter mix der hat eigentlich gar keine großen probleme es geht aber ja wie ich eben schon gesagt habe darum der bass fällt auf genau wie kriegt das den bass ein bisschen kontrollierter und gleichzeitig ein bisschen differenzierter also wie die kriegt die die kick mehr von dem bass und diese spur differenziert oder wie dass sie sich besser abheben dass sie mehr bezahlreiter ineinander greifen und gleichzeitig das top ein bisschen smoother das waren so meine hauptpunkte der track und dass der track bei dieser brachalen lautstärke immer noch fluffig klingt also nicht komprimiert klingt ich mag es nicht gerne wenn tracks zu komprimiert klingt und der track der ist es nicht super super laut der ist auch nicht super leise der ist also pop durchschnitt der so bei minus sieben lufts im drop meine ich das heißt ich komprimiere schon fünf bis sechs db über die null hinaus also wenn wir uns vorstellen wir haben digitale grenze von 0 db fullscale bis zu der können wir gehen ohne dass wir halt zerren und alles was wir darüber hinaus lauter machen müssen wir ja mit dem limiter machen das heißt wir komprimieren das signal und da passieren wahrscheinlich mal 56 db das werden aber ich würde sagen wir wollen vorgehen wollen es erst mal im analogen vergleichen oder wollen wir erstmal die stems also dass der master quasi durchgehen du hast uns das der master durchgehen und dann kommen am ende in die in das andere master in den vergleich gehen wunderbar dann mache ich mir eben hier meine effekte wieder an und denke ich die gleich wieder ausmachen so wenn ich die stems kriege guckt natürlich erst mal dass alles richtig liegt lass mir gerne dann halt auch ein mixer so mitschicken damit ich weiß okay hat aus versehen nicht irgendwelche cycle oder so verschoben beim exportieren kommt kommt vor komfort kommt wirklich vor und so bin nicht safe dass auch alles richtig ist so crazy die musik auch ist kommt auch vor genau wenn ich dann quasi den track abspiele gucke ich vor allem erst mal jetzt kann ich das hier kurz zeigen muss ein bisschen umdenken gerade weil ich auch eigentlich ein externes meter habe wo ich mit dem track vom level her bin dafür mache ich mal kurz alles aus also wirklich wo ich es in der in der full scale range bin und möchte flex abspiele sieht man dass ich mir ein headroom geschaffen habe dass ich bei dem peak so ungefähr immer zwischen ja minus fünf und minus sieben db eben full scale das war in dem fall nicht so der track war für mich ein bisschen zu hart deswegen habe ich alle stems genommen und einfach per clip gain zwei db leiser gezogen dadurch schaffe ich mir erst mal headroom damit ich mit meinem plug ins arbeiten kann ohne dass ich immer über null arbeite nur kurz beispiel sagen wir jetzt mal der track wäre jetzt schon bei minus 1 db full scale gewesen von seinen peaks oder die bass drum würde mal bei minus 1 db ankommen und ich hätte jetzt vor im bass 34 db noch mal dazu zu drehen da würde ich halt digital immer in das clipping rein eqen also selbst wenn der limiter hinten ist der zeit man trotzdem an ja du bist selbst du bist drunter aber eigentlich klippe ich ja schon bevor ich im limiter angekommen bin und deswegen schaue ich mir erst mal headroom mit dem bin ich safe das erste was ich natürlich mache das ist dann auch quasi eine lauteste stelle suchen und dann gucken wo genau bin ich da und gerade da wo jetzt so intensiver bass passiert genau genau es geht gar nicht darum dass das irgendwie geräte besser arbeiten oder sowas obwohl ich mir immer ein bildet dass auch plugins beim gewissen pegel besser arbeiten als als nicht aber das kann auch ein bildung sein wenn ich analog arbeite oder hybrid arbeite ist das eine andere geschichte weil ich da analog noch mal anders mit dem pegel arbeite das heißt ich mache mir doch da erst mal headroom aber wenn ich in die analoge welt gehe gehe ich da auch gerne mal über die null bevor ich wieder über meine wandler zurückkomme aber über wandler klippen und so reden reden wir nachher das erste was ich jedes mal mache wenn ich kriege ist ich bringe ihn auf level also es gab bestimmt eine referenz bei dem track ich weiß nicht mehr welche und das ist wichtig dass ich oder für die plattenfirmen ist meistens wichtig dass das level dieser tracks erreichen in dem fall war das ungefähr wo das producer master war ich glaube das ist ein bisschen lauter als producer master aber auch nicht das lauteste denn es ist ganz schön und das mache ich immer in mehreren schritten ich habe jetzt hier die spuren auf eine masterspur geroutet normalerweise habe ich das immer auf ein stereo auto aber für streaming heute so und da gucke ich erstmal mit dem breakwall limiter sind ja die zum lautmachen sage ich mal wie komme ich auf pegel und was passiert bei dem track wenn ich ihn auf pegel bringe weil natürlich wir können clean bis zu null gehen jede weitere kompression beeinträchtigt natürlich den track sprich bass drum die in dem fall raus drückt wird reingedrückt oder snares ansonsten track kann an punch verlieren was muss ich tun dass wir daraus zu arbeiten kann ich vielleicht den limiter schon so einstellen dass er möglichst wenig artefakte hat ganz ohne artefakte geht es nicht und es ist klar aber dass man guckt wie komme ich daran und schritt 1 ist vor allem welchen limiter nehme ich kannst dir vorstellen master studio wir haben natürlich alle limiter so gefühlt weil limiter ist nicht gleich ein limiter jeder reagiert anders jeder klingt ein bisschen anders zum beispiel der filter pro 2 das ist der der ist es in dem track geworden der klingt für mich relativ clean aber auch relativ weich also das ist für mich so ein kleiner weichmacher um ehrlich zu sein und da der track ja für mich obenrum bisschen zu scharf war war der sogar für mich ist die richtige wahl für den track um ihn als ersten limiter mit reinzunehmen hätte ich jetzt nur als beispiel von 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 tc elektronik sind den elevate genommen oder sowas da wäre der track noch schärfer geworden weil er erhöhen hinzufügt und so gucke ich erst mal okay welcher limiter ist der richtige für den track hast du beim pro l auf welchem mode bist du da unterwegs weil die hat ja auch eine modi genau in dem fall ist es einfach der modern okay ich glaube ich habe auch gar nicht so viel geändert ich habe die release zeit angepasst aber ich glaube das ist die standard release zeit habe da nur die channels gelegt das passt bei dem track ganz gut genau wenn ich jetzt analog arbeite habe ich meistens einen analogen limiter mit drin mit denen ich halt vielleicht schon ein bisschen limitiere aber den ich hauptsächlich dafür nutze um den wandler zu klippen sprich um schon mal über die null zu kommen und vielleicht das signal ein bisschen abzuschneiden weil clipping wenn man es richtig macht immer ein bisschen natürlicher klingt als die zeit konstanten eines limiters also eine release zeit klingt für mich unnatürlicher wie als wenn ich die wellenform einfach abschneide weil der speaker weiß nicht dass die wellenform schweine der schwingt einfach weiter und wenn man es richtig macht kann das natürlicher klingen und normalerweise oder es gibt fälle von tracks da habe ich dann quasi bevor ich den limiter habe erst mal ein clipper drin da ich sage okay ich gebe dem clip auf null und schneide erstmal peaks ab oder sowas das kann ich nachher bei dem zweiten track den ich mir immer zeigen in dem fall habe ich nicht gemacht weil ich es nicht nötig fand der track sollte weicher werden der ist nicht super laut also bin ich erst mal auf null gegangen mit dem pro 2 ich gehe mal ganz kurz hier richtung drop und dann sehen wir mal wie viel er arbeitet sieht man richtig der fängt quasi immer nur die peaks ein bisschen ab und maximal drei db 3db ist schon viel ich versuche mit dem limiter meistens nur so zwei db zu arbeiten weil danach klingt meistens nicht so schön ich bin ein fan davon mit mehreren geräten immer zu arbeiten in kette die sich die arbeitslasten bisschen aufteilen das ist ein bisschen wieso wie das kennt ihr wahrscheinlich alle diesen 11 76 la 2 er trägt also benutzen einen um die peaks abzuhauen und den anderen nutzen mit zum leveln diese philosophie versuche ich bei limitern immer auch zu benutzen und dementsprechend habe ich mal zwei limiter mal drei mal vier limiter in der shane und nicht nur ein der das ganze signal platt macht und wo wir dann durch die zeit konstanten und co auch direkt diese krassen artefakte hören vielleicht an der stelle kurz noch mal zu dem limiter die frage zeit und konstanten beziehungsweise look ahead look ahead ist auf null bei dir oder 1 8 also ganz wenig ja ganz ganz wenig in dem in dem fall wenn wir look ahead länger machen sind wir haben wir weniger clipping und wir haben weniger verzerrung haben quasi auch ein bisschen mehr was auf jeden fall wenn wir look ahead kurz machen haben wir weniger bass war natürlich der limiter weniger in die zukunft guckt sage ich einfach mal schneiden mehr die transiente ab können dadurch aber auch unter umständen ein bisschen punchiger klingen gerade auch durch die verzerrung die dann entsteht also verzerrung ist nicht immer schlimm verzerrung kann auch in dem fall mein freund sein und weil der track so ein bisschen probleme im sub sub bereich hat also da rede ich wirklich von 40 hertz abwärts fand ich das so ganz charmant ist sogar standard setting für den limiter und bei attack release wie gehst du da vor wenn du das einstellst bei ihm genau genauso genauso also ich gucke halt wie viel punch braucht der track oder brauche ich eher lautheit weil je länger ich die attack aufmache das so weniger lautheit krieg von dem limiter gefühlte und bei der release versuche ich halt immer so das tempo des tracks zu matchen damit ich halt wenn er den peak abschneidet ich dann das gefühl habe okay jetzt kommt schon die zweite bass drum aber der limiter war noch gar nicht auf null und dann kriegt man halt dieses dieses gurgeln das man ganz stark kennt ob ich jetzt die channels linke also das heißt wirklich einfach nur hier channel linking also wenn das signal an die null kommt werden beide channel links und rechts gleichzeitig limitiert also die gehen beide werden gleichzeitig reduziert ob ich das dann linke oder komplett mono lasse also dass sie das dann auch nur der rechte limitiert wird und der linke bleibt stehen wenn das signal im rechten channel lauter sein sollte mache ich auch vom track abhängig und auch vom kunden was der überhaupt möchte ich meine das wichtigste ist natürlich was der kunde möchte und ich kenne viele die stehen total auf den sound von entlinken limitern weil es dann weiter klingt und ein bisschen loser sage ich mal bei denen arbeite ich gerne so und weil ich kann aber auch viele produzenten dieses absolut hassen wenn man hört dass der sendet ist weil es halt ein homogeneres bild eigentlich ist wenn er nicht entlinkt ist und da linke ich den dann zu 100 prozent und es spielt halt mit den stereo informationen quasi also wenn irgendwas hast wenn du deine deine stereo drums hast die wirklich das bild original abbilden sollen und dann fliegt auf einmal der panorama die ganze zeit durch die gegend weil der limiter nicht gelingt ist dann ist das vielleicht schwierig aber bei elektronischen produktionen ist das natürlich werden die auch anders angelegt genau aber ich bin muss ganz ehrlich sagen ich bin auch eher der freund von 100 prozent linken also ich habe immer gerne dass das das teilte bild aber das kann man auch zwischen den limitern so oder so machen also wenn man es zum beispiel den habe ich jetzt benutzt nur um die peaks abzuschneiden wenn das durch ist immer krasse tomfills gewesen wären die jetzt immer reinhauen dann kann natürlich den entlink lassen und dann dann führt es sich durch den zweiten limiter der dann gelingt wäre eher an als wäre alles teilt aber die tomfills brechen dann nicht mehr so raus also kann man natürlich viel mit spielen so und dann habe ich in dem fall noch einen zweiten limiter mit drin limitless von team g da passt er ganz gut zu dem track und hier benutze ich den clipper tatsächlich der das signal am ende noch abschneidet und der limitiert dann auch noch mal ein bisschen ich spiele ab damit man sieht wie viel da arbeitet das besondere an dem limiter ist das ist ein multiband limiter wie man es gesehen hat die bänder hier agieren einzeln und das hilft mir bei dem track den bass später so zu positionieren wo ich ihn haben möchte ohne dass ich ihn zu stark kille oder dass der track zu stark anfängt zu pumpen deswegen habe ich den für den track genommen erläuter doch da noch mal ich meine multiband ist jetzt nicht dass in manchen genres nicht das allertypischste es gibt natürlich auch so tutorial videos wo gesagt wird ja du brauchst multiband limiter ist ganz klar du brauchst irgendwie in weiß ich ein l3 16 damit fängt das schon mal alles an aber das ist natürlich auch eine relativ komplexe sache das zu hören wenn man jetzt nicht die ultra erfahrung schon hat wenn du den nutzt wie gehst du vor genau das ist ein ganz gefährliches thema multiband früh auch immer gehört ja in masterstudios die haben immer einen multiband am start und sonst was ich muss ganz ehrlich sagen ja natürlich haben wir auch einen multiband am start wenn wir ihn brauchen ich habe dieses jahr nicht einmal angehabt ja er kämpft halt auch teilweise gegen den mix also ich kenne auch viele leute die ihre multiband tube tags verkaufen und so weiter weil sie die erst im ersten moment denkt man oh mein gott was macht er alles aber dann fängt man an in diesen limiter zu mischen und auf einmal fliegt das auseinander was du da tust genau ist ein ganz schweres thema weil ich würde multiband nie als drei kompressionen einen betrachten zum beispiel also klassische multiband hat frequenzbezogen drei bänder man hat ein bassband man hat ein höhenband quasi und wenn der threshold überschritten wird dann vom bass dann kommt mit nur der bass und an der bände in ruhe gelassen das ist so die die hauptidee sag ich jetzt einfach mal oder wenn wir zu viele höhen haben nur das hohen band oder zu viele mitten nur das mittelband ich bin ganz vorsichtig mit so viele bänder dabei zu benutzen weil es halt die verhältnisse im mix extrem kaputt macht und ich arbeite wie du schon gesagt hast damit meistens dann gegen den mix meistens da wir ja die frequenzbänder splitten kriegen wir phasenprobleme durch das splitten und da wir auch meistens dann für jedes band unterschiedliche attack und release zeiten haben kriegen wir da auch wieder es wird meistens einfach zu unruhig also multibands sind sehr schwer zu benutzen oder sind oft halt nicht der richtige weg wenn ich ein multiband benutze da meistens nur weil zum beispiel sagen wir mal ich habe eine rockband und der bass ist nicht komprimiert genug und die kick und bass und das ist alles total durcheinander ich habe keine stems kann nicht einzeln eingreifen also muss ich irgendwie dieses bass band teilt kriegen und dann macht es sinn ein band dieses multibands zu benutzen und ich sage okay ich benutze nur das bass band oder der track ist kann auch viel zu schrill also benutze ich nur das höhen band so kann man halt sachen fixen sage ich mal aber man sollte sehr vorsichtig damit sein ein multiband aufzumachen und wie wild auch bei jedem band auf einmal drauf los zu schrauben das funktioniert meistens eher nicht das ist meistens eher kontraproduktiv für den mix klar man kann sich das ja auch man kann sich das ja auch vorstellen wie wie jetzt eine funktion eines die es das in anführungszeichen die da halt nur multiband mäßig auf das gesamte spektrum angewandt werden kann genau und das ist die letzten jahre hat sich das bei limitern so ergeben dass auch viele limit auf einmal multibands arbeiten also der hat jetzt hier zum beispiel eins zwei drei vier fünf sechs splittungen quasi aber auch limitern die ein bisschen populärer sind wie zum beispiel der neueste ozon algorithmus der die ist eher der ist das vier oder fünf der arbeitet auch unter der haube als multiband nur dass du da nicht einstellen kannst wie die bänder separiert sind und auch hier gilt wieder ist es für den track gut oder nämlich lieber einen alten algorithmus oder einen der halt wie der pro l kein multiband ist oder es ist für den track gut weil er mir schon beim balancing ein bisschen hilft und in dem fall habe ich mich für den multiband entschieden weil er mir schon hilft den bass man sieht es ja wenn ich abspiele ich hoffe ich kann noch darüber reden der bass wird halt deutlich mehr komprimiert als zum beispiel die anderen bänder vor allem wenn immer dieser drop reinkommt das hilft mir in dem fall jetzt erstmal schon mal okay das aber das heißt prinzipiell du machst den multiband auf und dann guckst du halt beim frequenz splitting wo sitzen denn meine einzelnen bereiche also wie viele bänder brauche ich überhaupt um die probleme in den griff zu kriegen und schieb genau das kommt immer auf den limiter an weil ich will mich natürlich stunden lang immer mit dem mit dem splitting natürlich beschäftigen da bin ich sehr pragmatisch ich schmeiße den rein wenn er gerade funktioniert dann funktioniert er und wenn ein band zu viel ist dann drehe ich an dem einen band meistens ein bisschen nach und dann versuche ich vielleicht einen anderen algorithm aus einem paar auch ein paar algorithmen hier bei style das sind auch verschiedene algorithmen wie die wie die multibands arbeiten da klicke ich mich meistens durch und wenn es funktioniert ist schön und wenn ich dann suche ich mir etwas anderes weil das ist nicht effizient also für mich nicht effizient den reinzuladen und eine stunde lang den limiter einzustellen bevor ich etwas anderes gemacht habe das kann vielleicht auch zum ziel führen aber muss nicht genau jetzt sind wir quasi an dem punkt wo wir das den track auf lautstärke gebracht haben und wir sind jetzt eigentlich ziemlich nah am mix nur dass er durch die zeitkonstanten die ich jetzt hier ausgewählt habe und durch mein aufsplitting mit dem mit dem clipping dass er eigentlich ähnlich klingen sollte wie der mix nur halt entspannter das kann ich jetzt mal gucken aber wahrscheinlich haben wir zu krass der latenz beim momentär schalten aber merkt schon es ist quasi eigentlich sehr belautstärke bis jetzt gerade schon ein bisschen lauter aber entspannter genau das ist aber es ist klingt schon relaxer ist es nicht viel cooler und dann weiß ich okay game staging ist in dem fall schon mal top weil im prinzip wenn das ist ein kunde wäre der sagt ich möchte das ding ich krieg es nur nicht lauter aber ich möchte dass es eigentlich vom sound genauso bleibt dann werden wir schon da dann würde ich vielleicht jetzt noch ein paar korrekturen mit im eq machen wo ich merke dass der limiter noch was kaputt macht den wir zum mix und dann wäre das ding schon gegessen das sind immer die das sind die die schönsten jobs weil wenn man einen topmix kriegt und ich muss jetzt nur weil der limiter mir besser klauen würde was er jetzt natürlich jetzt spielt er mir gerade entgegen aber sagen wir mal der würde das beste klauen dann drehe ich halt bei 60 hertz so noch ein bisschen was rein mit dem eq meistens damit ziemlich clean eq ist immer von steffen müller ein eq bauen lassen der das sehr gut macht ist so ein sonntag style eq sag ich einfach mal ganz lose nicht wirklich aber und da habe ich dann ein bisschen was nachdrehen oder mit so einem spl pq oder sowas also was clean ist nicht nicht ein curvebänder der dazu erfährt sondern eher sowas wie ein pq gml oder so und dann wären wir quasi da genau aber mit dem track wollte ich halt noch ein bisschen was kontrollieren ich wollte ein bisschen breite reinkriegen ich wollte ein bisschen mehr epicness in diesem drop quasi haben oder beziehungsweise der kunde wollte ein bisschen mehr epicness in diesem drop haben das ist ja das wichtigste meine meine wunsch ist ja immer nur so ein ratschlag am ende müssen sie ja wissen was sie wollen und wie kontrolliere ich jetzt den bass das für mich immer der zweite schritt vor allem ich gucke mal was was clasht in dem fall war das hat der bass die kick und diese 808 stem ich habe in dem fall wirklich mal eine simulation genommen und zwar hier so eine soft tube tape plugin das ist so eine studa a80 a800 wahrscheinlich irgendwie sowas und das hilft mir schon den bass ein bisschen zu leveln und ein bisschen die transienten und die höhlen ein bisschen abzuschleifen weil tape machines machen das also jetzt mit der tape machine zu erklären gibt es heute ein bisschen zu weit weil es die zeit zu knapp aber der hilft mir auf jeden fall schon mal dass das ganze ein bisschen im bass ebener zu machen dass keine noten mehr rausbrechen und obenrum ein bisschen entspannter zu machen same ich habe dann hier von software noch den die harmonik distortion plugin hinterher weil ich ganz gerne dem massive passive im studio ein bisschen heißer anfahre weil ich die sättigung davon mag und der macht was ähnliches das ist einfach nur um die oberen mitten ein bisschen ranzukriegen ich werfe noch mal ab man merkt die machen machen nicht viel aber das was sie machen dass das das klingt merkt man schon ordentlich ne also ich finde da da merkt man das tape auf jeden fall sehr ordentlich genau das ist das tut da was was es machen sollte dieses typische ausgleichen es kommt auch ein bisschen nach vorne wieder aber es ist trotzdem so ein bisschen ebener ist dann habe ich in dem fall einfach dahinter noch ein kompressor der gar nicht komprimiert das ist eine emulation von dem magic death eye kompressor was sie halt bei dieser emulation wirklich gut gemacht haben ist dass er von grund aus die oberen mitten ein bisschen smoother macht ist die frage ob man es im stream hört aber ich werde mal an und ausschalten es ist dieser 3k bereich vor allem es ist sehr subtil aber ich bin auch hier ein fan der arbeitsteilung ich möchte nicht ein tool haben womit ich krass viel färbe auf einmal sondern ich möchte halt kontrolliert dosieren können was ich da tue und das was der da gerade tut das reicht mir auf jeden fall erst mal deswegen habe ich den mit drin dann habe ich noch mal ein eq mit drin in dem fall equilibrium das kann man auch pro q nehmen oder so ist es in dem fall völlig egal es sieht auf dem ersten weg ist ein bisschen unübersichtlich aus ich erkläre mal ganz kurz ich habe quasi den bereich um 20 herz ein bisschen geschelft ich bin kein fan von low cuts das ist ein low cut dazu komme ich gleich aber ich bin erstmal kein fan von low cuts weil low cuts immer eine phasenverschiebung mit sich bringt die sehr extrem ist und ich habe das gefühl wenn man halt ein shelf nimmt dass dieses bereich um auch so zwischen 1 und 10k der wird dann ein bisschen härter wenn man low cuts benutzt und so bleibt es ein bisschen intakter das heißt mit wie viel gehst du dann runter wenn jetzt ein shelf hast ich meine wenn er so eine low cut funktion haben haben soll dass er ganz unten auch nichts macht es ist noch mal die frage will ich wirklich alles weg haben was unten ist oder will ich einfach nur leiser machen und natürlich wenn ich jetzt hier bei 20 herz ansätze dann geht der shelf hier bis ja bis hier irgendwo wo sind wir da 46 50 herz irgendwie sowas ne und ich mache einfach nur den bereich da drunter ein bisschen leiser aber ich will ja nicht ich will ja nicht weg haben das ist auch immer dass das leute denken low cuts und high cuts schneiden dass sie genau auch nicht ab sie machen es nur pro oktave leiser also wenn ich auch low cut bei 30 herz habe habe ich bei 15 herz nur ein 12 db leiseres signal wenn es ein 12 db die oktave low cut ist ist das richtig groß ist wahrscheinlich besser als ich ja ich glaube aber es ist auch so theoretisch muss man gar nicht denken ich kann es mal kurz simulieren ich habe es mal hier einfach mal umgeschaltet ich mache das einfach mal ein low cut nämlich draus hypers filter zack genau aber 12 db so wenn ich jetzt hin und her schalte ich hoffe dass es auch latenzfrei geht achtet mal vor allem mal wenn die kick spielt auf den oberen klick der kick oder alles was hat in diesem bereich ist das ist deutlich härter wenn ich einen cut habe ich höre die stream minimal dass ich nur ich glaube kommt ein bisschen bit reduziert bei mir an jetzt wieder aber man sollte man gespielt mal damit und guck mal was passiert ich habe gerade den eindruck bei den clubs auf jeden fall auch dass man da schon was merkt ja genau dieser ganze dieser ganze bereich also je komplexer das signal ist desto schwieriger finde ich ein low cut also ich sage jetzt zum beispiel nicht man soll es nicht auf einzel signalen nicht mehr low cutten das ist vollkommener spaß denn natürlich soll man auf einzel signalen low cutten aber zum beispiel wenn ich jetzt ein low cut auf einer gitarre oder sowas habe dann merkt man das nicht so wie bei einer summe wo ganz viele signale zusammenspielen deswegen also auf einer summe bin ich kein freund des low cuts warum habe ich jetzt hier noch ein low cut das ist in den seiten ich hatte das gefühl dass der bass synthy ein bisschen zu wenig fokus in der mitte hat und ein bisschen zu matschig war deswegen habe ich hier einen low cut in seiten gemacht also das heißt der eq ist im ms mode so genau das ist es für beides und das band das wird auch immer so schön gehighlighter wie drüber gehe das ist dann im side mode weil ich dann in den seiten ein bisschen die bessere reduzieren wollte hat den vorteil dass es halt mono kompatibel wird gerade heute sind der stereo beste sehr aktuell macht es schön schön punchy weil wir auch weniger stereo informationen im bas halt haben und wenn der bass aus der mitte kommt ist er halt punchiger siehe alte hiphopplatten deswegen sind ja so fast mono meistens es ist einfach dieser dieser punch ist einfach viel besser da und da ich ja auch alles ein bisschen cloudy fand und und differenziert fand hilft mir das natürlich auch insgesamt ungemein das auch wieder zu fokussieren gleichzeitig habe ich allerdings ganz ganz minimal 0,3 db hier diese 63 hertz bereich breitband angehoben und die wollen wir uns jetzt mal anhören nein da geht es auch gar nicht so darum was passiert da klanglich sondern einfach was passiert mit dem limiter auf einmal der limiter arbeitete dann ein bisschen anders ein bisschen mehr wie ich wollte also man hat diese 0,3 db klar hört man die auch aber es ging da viel mehr darum dass der limiter wieder ein bisschen richtung was arbeitete ich finde das sehr komplex und immer schwer darzustellen aber dadurch arbeitet der pro l anders und dadurch auch wieder limitless anders das ist so ein bisschen wie ein geben und nehmen ich wollte mit limitless zwar den bassbereich ein bisschen mehr absenken aber ich möchte auch gleichzeitig dass der vielleicht der peak limiter ein bisschen stärker auf den bassbereich fokussiert ist das ist so ein bisschen schwer zu erklären aber dann muss man aber ein bisschen spielen und lernen wie arbeiten deine tools miteinander und es ist ja auch wirklich dieses ganz genaue hinhören das wird wahrscheinlich jetzt im stream schon ziemlich klar wenn man jetzt diese beispiele hatten nämlich ein low cut nämlich ein low shelf oder wie viel veränderung mache ich überhaupt an welchen stellen und welchen einfluss habe ich davon das ist natürlich das was ihr die ganzen die ganze zeit auch macht es geht irgendwie bei der arbeit ja auch ein großteil darum wirklich andauernde shoot outs und zwar nicht ist der limiter gut oder nicht sondern genau für diesen track was funktioniert jetzt gerade da und dann wirklich sachen durchzugehen und sich zu überlegen welches werkzeug habe ich jetzt gerade was einen bestimmten effekt machen kann und die summe macht dann nachher das ergebnis und es gibt deswegen auch nicht die eine kette das ist immer ganz nett wenn man dann irgendwie das mastering studio hat muss dann quasi eine stereo kette gibt gibt und für weiß ich 20 euro kann man da alles einmal hinschicken und dann wird es da einmal durchgejagt und dann kriegt man es einmal zurück kann vielleicht mal funktionieren aber im normalfall ist das viel geld für nichts ausgegeben weil es geht wirklich um um die details quasi und um das material selbst genau genau und es geht auch vor allem darum dass ich auch das was auch die ganzen mastering geschichten wie sie alle heißen ich komme gar nicht drauf ich glaube es gibt area und lander und lander was die hat vor allem schlecht können ist erstens was für der kunde geschmack und frem gefühl es geht ja also es geht ja eigentlich immer nur um feeling die ganze zeit es geht ja nur darum wie fühlt sich der track an es ist ja alles erlaubt der track dürfte auch noch mehr was haben meinetwegen oder noch mehr höhen haben wenn es das richtige feeling erzeugen würde das wäre ja vollkommen legitim es gibt leute die sagen dann ja keine ahnung trap und hiphop haben heute viel zu viel bass ja aber die jugend die das pumpt die die fühlen da was und wenn das viel cool ist dann ist das cool das ist punk so ja das ist halt auch so ein bisschen dieses diese der mythos in anführungszeichen vom thema industrie standard ich bringe etwas klanglich auf den industrie standard aber der industrie standard der ist der ist jetzt nicht so aber der industrie standard ist zumindest mal so also es gibt schon gewissen range in einem bestimmten genre was ich da machen kann und interessanterweise auch die die etwas vielleicht auch mal relativ anders oder falsch machen sind dann die die auf einmal neuen stil etablieren oder neue klangfarbe haben wo alle sofort erkennen und sagen ach das ist der typ die metallica sand anger snare oder irgendwas wo man sagt oh mein das ist der typ der dies der dies ja nicht stimmen kann so ungefähr ja aber ich meine ein ganz kleines beispiel ich habe jetzt gestern eine stelle gemacht für ich nenne ich es einfach mal ich hoffe es ist okay für dich für den für den bierkapitän kennen manche vielleicht auch da der diesen maler hit und das ist jetzt so also hardcore maler schlager und wir hatten halten master gemacht dass ich halt an diesen maler schlage orientiert hat und dann haben wir ein schönes master gemacht also eins was uns ästhetischer eigentlich eher ansprach als was wird mit runderen höhen und etwas so ein bisschen mehr 3d war und sonst was und dann hat er das halt diversen leuten vorgespielt und die meisten waren aber für das brachiale also für das was halt dreckiger war dann merkst du auch wieder es ist erstens eine stilfrage also eine musikgenre eine musikstilfrage ist es eine frage des persönlichen geschmacks wo willst du dich positionieren du kannst du hast eine eine range von hier bis hier du kannst dich überall darauf positionieren also das ist auch das schöne was das wird alles gleich klingen und das werden wir auch alle gleich arbeiten das ist ja auch und schön um den track auch eben abzuschließen genau das sind so kleine kulturen wie hier ich habe in der mitten und das ausgenommen was ein bisschen honky wurde was aber noch interessant ist ist dass ich den track über zwei shelves breitgemacht habe es gibt mehrere möglichkeiten breit zu machen es gibt immer ja wie den von ozonen kennen wahrscheinlich die meisten oder dem von waves womit man quasi ein track in der phase weitermacht dass man das seitensignal mehr nach vorne holt die können funktionieren die können aber schnell sehr phasig klingen das dabei zu hören dass es phasig klingt das ist anfangs vielleicht auch sehr schwer da würde ich einfach mal ein image annehmen und wirklich hardcore übertreiben und gucken was passiert eigentlich wenn ich extrem übertreibe also ich nehme mal den ozonen und hau da genau bis wieviel prozent der geht 200 prozent zumindest schon mal also irgendwas was man normalerweise nicht machen würde genau dann hört man ja was passiert und dann hört man auch was dann diese artefakte sind wovon man immer redet und bei manchen tracks funktioniert sowas dann ganz gut bei dem track habe ich einfach zwei shelves genommen die sind halt auch nur den seiten also ein seitenschelf ab 600 hier down wards und ein höhenschelf ein bisschen mehr von 25 aufwärts das hat den track ein bisschen breiter gemacht das hat den track mehr präsenz gegeben indem ich in 0,5 db bei 2k reingedreht habe und ein bisschen höhen hier wieder aber roi du wolltest den track doch softer machen warum drehst du höhen rein ganz easy ich hatte das tape vorher und diesen kompressor und der limitless der multiband ein bisschen arbeitet und ich habe bei dem track auch noch ein plugin benutzt das ich sehr lieben gelernt habe in den letzten jahr das soothe plugin das intelligent resonanzen absetzt oder leiser macht sagt jetzt einfach mal reduziert und das macht das top end auch ein bisschen smoother und dann hat mir an den beiden stellen ein bisschen was gefehlt also habe ich da wieder ein bisschen gegen gearbeitet also wie gesagt es gibt ja nicht diese one trick lösung sondern muss immer gucken ich habe move a gemacht also was muss ich an move b machen damit ich vielleicht was was zu breit ist oder was was zu krass nach vorne kam wieder ein bisschen mehr reduziere ich sage immer ich unterrichte auch an der sae in köln und da sage ich den den studenten immer ich ich stelle mir das mal wie ein porträt vor ich habe breite pinsel wo mich das bild färbe das sind dann passiv wie massive passive oder halt solche bolden moves hier wie diese diese shelf oder sowas wo ich sage okay ich will ein wirklichen effekt erzielen und diese effekte kommen immer mit einem nebeneffekt wie zum beispiel keine ahnung ich gebe hier an und dadurch wird dann der bereich oder es lauter wenn dann zu krass also gehe ich mit einem feinleiner hin was dann in dem falle sowas eher wie ein sphp cool ist oder sowas oder halt in dem fall so super so was und 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 mache das was ich durch meinen beiden bolden move um das ding zu färben gemacht habe wieder ein bisschen korrigiere kann natürlich auch nutzen um eine bass drum rauszuarbeiten oder eine snare oder so aber ja ist ja die frage was braucht der track ja und es ist halt wirklich diese summe du gibst von dem einen plug in mit einer bestimmten oder von dem ein gerät mit einer bestimmten funktion ans nächste weiter und wenn du eigentlich etwas ein bisschen runder machen möchtest hat es halt trotzdem einfluss auf den den frequenzgang der dann wieder in anderen signalen vielleicht nicht so gut funktioniert genau da war der track eigentlich schon da wo er sein sollte problem war ja noch dass kick und snare sich noch nicht ganz abgehoben haben habe ich es nicht ausgemacht haben es ist damit gehört ich habe dann quasi dann einfach noch eine queue auf der kick der bei 53 herzen absenkt und dafür aber auch 106 herz also technischen bereich schlanker mache und das was er so auf die brust haut diesen solar plexus schub den wir ein bisschen nach vorne geholt und dadurch setzte sich vor allem von dieser edward ab die unten ist noch bei der edward 100 herz und tiefer den bass und die kick die muss dann da nicht viel was haben kann aber immer noch was ich klingen habe ich einmal gemacht wird das hat sich der producent gewünscht mit multiband drauf der nur von der kick getriggert wird also immer nur wenn die kick kommt geht es dir ein bisschen roter dadurch steht die kick hat immer noch schön vorne aber die bruch hat diesen sub sub bass nicht weil der kommt halt von den anderen geschichten dann und dann habe ich hier wo ich bei der kick angekommen habe die 100 herz ein bisschen schlanker gemacht weil der bass ja auch sehr steht und stehende wellenbruch 100 herz sind meistens unschön finde ich das ist es drohend ob der meistens wie kann ich mir klar dann ist der track quasi schon fertig also auch die frage wer darf den bass haben die kick oder oder der bass viele sehen das glaube ich zu radikal die denken dann okay meine kick hat gar kein bass mehr und der bass ist an dem low end oder sonst was nächstes nur balancing also ich werde nur gucken was darf untenrum dominieren und es gibt ja tracks ideen wo es halt cool ist wenn der bass unten wie im bett liegt und immer nur die kick so klack klack reinkommt aber der bass steht hat eigentlich die ganze zeit und wabert so ein bisschen durch die modulation denen das hündchen drin ist und das ist halt ganz nice es gibt aber auch typische dance tracks da ist der bass 303 typisch knazig und die kick typische 808 909 wie auch immer hat dann halt die ganze sub informationen darf dann so nach vorne preschen das ist die frage also eine trendfrage genau deswegen ist ja der austausch mit dem mit dem mixer dann oder mit dem produzenten auch wie genau dass man wirklich weiß wo geht es hin und nicht du drehst in eine richtung und irgendwann kommt der anruf das wollte ich aber eigentlich ganz anders immer wichtig zu fragen was ist dein ziel wo willst du hin machst du eine referenz mit der du dich vergleichst wie nah willst du eine referenz oder gibt es da punkte die die jetzt gerade besser gefallen kriegst du irgendwas nicht hin was du schaffen wolltest etc pp und da muss ich halt ran tasten und gucken wo land ich ja super lass uns mal ein paar fragen reinspringen hier gab es ein bisschen was natürlich und zwar würde ich da jetzt als erstes ich sollte sortieren wir das mal so ein bisschen zusammen ich habe eine frage vom ted wie machst du das mit dem gain staging machst du das nach jedem plugin versuchst du das irgendwie hundertprozentig auszugleichen oder das ist digital gar nicht so ein thema für mich da sage ich eher vor allem ich schaffe mir den headroom um dann mit den limitern und den geräten schön arbeiten zu können ich kenne kein plugin oder wo das wo das schön funktioniert dass man nach jedem plugin das gain staging neu macht klar könnte man sagen ich könnte jetzt nach dem harmonic distortion vielleicht ein bisschen runter gehen oder noch mehr rauf gehen damit dieser magic data hier mehr angefahren wird das funktioniert digital aber nicht so schön wie analog also analog mache ich das mal wenn ich in meiner kette bin kann es sein dass ich mal ein gerät den output nicht ausgleiche sondern höher an aufdrehe nämlich das gerät danach was vielleicht noch höher hat oder so halt ein bisschen anfahren kann oder halt den transformer von dem nächsten gerät ein bisschen heißer anfahren kann digital ist das für mich nicht so ein thema weil das nicht so gut klingt noch nicht also es geht eigentlich grundsätzlich darum dass du einfach du hast den headroom damit du halt auch mal beim eq sagen dürftest da kommen mal 3db zu und genau das zehrt nicht genau darum geht es aber wirklich so jetzt um mit bauteilen zu spielen da sind die simulation noch nicht da glaube ich wo sie sein sollten dann in dem fall also wie gesagt wenn ich zum beispiel hier bei meinem custom eq kann ich transformer ein und ausschalten tatsächlich für eingang und ausgang und wenn ich da jetzt mal eine transform an mache und der gibt mir nicht den klang den ich gerade von dem erwarte nämlich vielleicht das gerät davor und zieht den output hoch damit der halt heißer angefahren wird aber digital weiß ich nicht bin ich ja habe ich für mich noch nicht gefunden vielleicht gibt es da was aber für mich habe ich noch nichts gefunden und wenn du es digital pegelst das heißt so minus 6 db ist eigentlich so wie mal daumen der wert wo du hin möchtest ja das ist für mich auf jeden fall ja das ist also minus sechs ist es keine faustregel ist das einfach nur für mich dass ich mir keinen gedanken mache ich möchte ich mich halt nicht jedes mal wenn ich einen schritt mache überlegen okay bin ich jetzt wieder sondern ich möchte darauf konzentrieren dass ich das bild fertig gemalt kriege ja da will ich halt nicht irgendwie was rein drehen und auf einmal höre ich verzerrung wo kommt die jetzt her was verzerrt jetzt dann fängst du wieder an und wenn du was dynamisches stell vor ich hatte einen ds drin gehabt oder sowas dann müsste ich halt den ds wieder neu einstellen weil ich mit einem clip game wieder runter gehe also mit den trash und neu setzen et cetera pp und ja keine ahnung wenn ich so bei minus sechs bin da bin dann ist mal kopffrei ja und cleanest game geht ja am ende sowieso also von daher das kann man jetzt über bits und bytes vielleicht streiten aber ja da tue ich mich raus pragmatisch sein ist manchmal auch ganz gut sonst hätten wir alle goldene alle goldene kabel gut gibt noch was neues und zwar von kaiser music die frage tape direkt auch auf die kick spur oder nicht also was du jetzt gerade gezeigt hast war ja zunächst mal die summen bearbeitung wir haben zwar stand aber du fängst nicht an zu mischen und gehst hin und sagst ich bearbeite alles einzeln weil es ist ja quark dann ruft auch der mixer nachher an und sagt roi vielen dank aber alles zurück sondern ich werde er ruft nichtmals an genau er ruft halt nie wieder an das ist das problem genau aber du hast quasi auf der summe bearbeitet und dann gab es halt die spezialfälle zu sagen ich gehe jetzt auf die kick oder ich gehe auf den bass ich versuche da diese separation hin zu bekommen ich meine machst das nicht gleich ein master das ist jetzt ein master das bewegt sich in der in der welt wo man sagt okay die sind alle schon mit mix happy und das ding soll fertig gemacht werden und gut ist und das tape hilft mir jetzt hier auf der summe gerade einen effekt zu erzielen oder den gewünschten effekt zu erzielen es gibt natürlich auch produktionen die sind dann aber auch eher sag ich mal im amateurbereich das ist auch alles vollkommen cool aber die bringt vielleicht nicht das nach home mit und sagen johann track der klingt so unglaublich digital oder jemand meine kick oder mein drum kit oder meine synthis klingt so digital ich weiß nicht was ich machen soll wenn ich dann stamps haben und dann kann ich natürlich auch sagen okay ich gehe auf den stemmen und macht da sowas drauf aber das ist nicht die regel die regel ist eigentlich ich arbeite erst mal komplett mit der summe und gucke dass ich master mache und ich nutze die stamps nur als hilfemittel damit ich halt sowas wie den bass differenzierter kriege ohne jetzt großartig auf der summe und die band kompressor machen zu biegen ja genau genau ich meine eigentlich ist es ja auch so es ist ja schön wenn track ins mastern geht der quasi gemischt ist wo man sagt ja der mix ist so wie er sein soll und wenn nicht nimmt man halt frühzeitig kontakt auf das waren ja auch so geschichten ich meine der michael bei monoposto damals bevor du da warst und mit dem michael zusammenarbeitet habe ich ihm ja auch sachen geschickt und dann ging es immer darum dass sachen hinschicken telefonieren und dann kommt irgendwas weiß ich gitarren könnten weiß ich in dem teil noch mal db bisschen drauf damit es ein bisschen mehr kickt aber in der strophe könnte dies näher irgendwie noch zwei db runter an dieser stelle oder bei dem film und das sind sachen die man im mix natürlich dann schnell macht und ihr freut euch dass ihr weniger arbeit habt und wir freuen uns auch dass der mix natürlich nachher an sich schon mal besser klingt ich meine das ist immer eine kommunikationsfrage es geht immer darum mit den leuten zu reden und zu gucken was ist das ziel revision vom mix mache ich immer vorher also kann mir immer ein mix voll schicken folge mastert wird damit ich sagen kann keine ahnung du hast bei dir den bass nicht aber dann deine kick drum und ein bass spielen beide so unglaublich viel bei 20 hertz dass ich da selber nichts mehr machen kann also was was ich dann ist es natürlich froh dass man im mix noch mal eingreifen kann weil hier besser der mix ist so das maß das maß das maß das immer nur so gut wie der mix das ist also verstehe ich was ich meine das ist halt so wenn man halt wenn man halt zusammenarbeitet deswegen sage ich immer man arbeitet miteinander und nicht füreinander oder halt gegeneinander im besten fall sondern ich bin auch kein fan von keine ahnung es gibt auch kollegen die kriegen dann also höre ich öfter von kunden die haben was bei denen getestet und dann kriegen die was dann haben die änderungswunsch und dann sind die schon zickig warum du dann an meiner arbeit was mäkelst dann denke ich mir nein das ist nicht der sinn das ist ja nicht das ist nicht mein werk das ist nicht mein song das ist ich bin dienstleister im moment ich möchte dass du happy bist und zusammen kommen wir zu dem ziel das ist das wichtigste weil dann kriegen wir ein schönes ergebnis und der track der klingt ja jetzt am ende nahe ist natürlich auch wie geschmacksfrage aber für so ein poptrack klingt der ziemlich okay dann es gibt noch eine frage die bezieht sich auf die lautheit von dominik also wie gehst du mit dem thema streaming levels um schönes thema mit ganz viel unwissen und halbwissen auf jeden fall haben wir noch eine stunde genau also eigentlich nur eine lautness penalty auf der einen seite oder ein master für alle wenn wir mal ausgehen davon ausgehen dass wir jetzt ein digitales master machen und nicht ein master was nachher auf einer schallplatte landet oder irgendwas ja eins für alles lauter normalisierung dass man für spotify master das ist quatsch auch wir haben mit kunden da versuche gemacht aber wir haben auch viel mit vor allem der warner und universe und darüber gequatscht und das ding ist es werden keine master für spotify und so gemacht weil erstens es gibt immer noch den knopf gleiche lautstärke ausschalten und dann kommt ein ad sheeran der dich weg pustet obwohl du eine heavy metal produktion hast das ist auf jeden fall nicht cool oder wollen die meisten nicht gleichzeitig zum beispiel auf spotify kann man jetzt beim premiumkunde ist drei lautstärken einstellen wenn man spotify auf den fernseher oder so laufen lässt dann gibt es die normalisierung sowieso gar nicht dann ist die sowieso aus und da könntest du ja allein für spotify ja schon vier master machen und dann auch für alle anderen auch das das ist schwachsinn das macht man nicht man muss sich nur überlegen möchte ich diesen lauten zwar part mitfahren möchte ich brachial laut sein ich meine der tracks ist auch brachial laut aber ich sage immer man kriegst auch schön laut hin also immer kompromissen aber es ist ja nicht kaputt das klingt ja nicht kaputt oder möchte ich halt ist mein ziel ich bin der jazz platte wie die zweite platte ich es mit gebracht habe wo wir wahrscheinlich nicht mehr reingucken können wo es nur darum geht ich möchte so gut klingen wie möglich und kann mich an die null und nicht viel weiter und das dafür muss man mut haben gerade als junger künstler oder als noch nicht erfolgreicher künstler weil man natürlich dann der gefahr ausgesetzt wird dass andere denken die musik klingt schlechter oder schlechter produziert weil sie leiser ist für uns für den menschen ist das problem immer noch lauter gleich besser ich mache viele platten momentan die ja diese singer songwriter jazz richtung gehen die sind alle so sind so alle der mittelweg die sind nicht so mega leise die sind aber auch nicht wie die dance oder die dm produktion die wir machen sehr 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 laut die sind alle so keine ahnung minus 9 minus 10 los irgendwie sowas auch sagt die hauptsache der track kann atmen also ich 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 messe auch nicht quasi während ich mache das ist nicht okay ich habe sich die minus 14 los überschritten ich muss mich zurückfahren sondern ich gucke wo ist die referat und arbeite einfach und dann ist es meistens so im nachhinein aus interesse ja wo bin ich jetzt gelandet weil das ist das worauf sich alle geeinigt haben und damit sind alle cool und danach arbeiten wir dann es ist für mich der sinnvollste weg jetzt jetzt gerade bei dem track du könntest vielleicht noch mal gerade zeigen so lauteste stelle weil irgendwas hatte ich da du warst bei minus 9 war zumindest das was ich irgendwie sehen konnte geht gab es irgendeine stelle die lauter wird gab es da irgendwo was weil oft ist es ja es sind ja genau es sind ja so die letzten zwei db in anführungszeichen das ist immer das wo dann alles zusammen kneift und es auch wirklich weh tut es geht auch viel um mikrodynamik also dass man sagt okay ich arbeite auch mit den fersen und so wieder so dass halt nicht der fers genauso laut ist wie der chorus weil dann habe ich keinen keinen aha effekt im im chorus der track wird nicht größer sondern er bleibt gleich und dadurch wird halt uninteressanter und je flatter wir sind auch desto interessanter wird es fürs ohr nach einer zeit das my metering ist gerade wegen dem streaming plugin falsch das ist viel leiser als es deswegen also der der drop hier der ist oder kann ich nicht einfach den ich mach das einfach mal kurz aus schmeiß es kurz raus dann kann man kurz nichts hören aber was sehen ja genau die leute hören jetzt nichts aber dann muss ich vorher mein headphone amp leiser machen und wenn ich jetzt hier den control room öffne sollte ja eigentlich das digitale maße da ist glaube ich nichts drauf das ist glaube ich alles gut dann sehen wir dass der drop so bei akku oder sogar nur bei minus acht minus sieben minus sieben vier minus sieben fünf wo da bewegen muss das ist halt so eine dual lieber ist bei minus sieben ja also das ist halt so ja hat sich zumindest etwas entspannt in anführungszeichen weil es gab ja auch minus fünf und minus vier produktionen also die meisten edm produktion gebe ich immer noch bei minus sechs ab minus sechs ist immer also ich versuche dann diese minus sechs anzustreben bei idm tatsächlich und sage wenn lauter dann bitte nur nur diskussion diskussion aber aber weil man kann auch noch minus sechs lufts sauber abbilden meiner meinung nach wenn man es richtig macht aber darüber ist wirklich schwer ja da wird sie vielleicht aber nur sechs ist auch schon plett also ja dann lasst uns doch gerne noch mal rüber springen bisschen zeit haben wir noch wenn wir wenn wir uns das zweite den zweiten track an hören und anschauen können genau hier manchmal ganz kurz auch mal ein pegel obwohl ich stopp 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 noch mal kurz zurück wir sind ja bei analog und digital und du hast einen analog master von dem ersten team gebracht so ist es nämlich genau das haben wir jetzt noch gar nicht gehört das haben wir ans ende geschoben also erzähl doch mal bei dem analog master was da passiert ist wo ist das durchgegangen was ist da passiert so grundsätzlich im prinzip habe ich diese kette jetzt genommen also für den für den workshop das werden jetzt kein parallel ist master gemacht damals sondern das habe ich für den workshop gemacht das ist einfach nur hauptsächlich habe ich halt diese harmonische torschen und der kompressor rausgenommen und auch den eq rausgenommen und habe den halt analog nachgebildet und das ist mit meinem custom eq gemacht worden den steffen müller mehr gebaut hat und die kompression habe ich mit einem tegler cream gemacht weil das ein vca ist denn ich jetzt hier habe war ihm oder so also eigentlich sehr match der fall war ihm kompressor aber ich hatte es im studio mit dem iron probiert und es hatte nicht den gleichen effekt deswegen habe ich lieber ein vca genommen das war es einfach besser jetzt die frage ist natürlich wo sind es klanglich die unterschiede ich werde jetzt quasi das digitale master mal laufen lassen und dann quasi mit dem analogen hin und her schalten ihr seht also wenn ich dann quasi hier auf solo bin hört man quasi das analoge wichtig ist dabei vor allem räumliche abbildung also klingt der track tiefer breiter und man wird merken dass der track obwohl er jetzt auf derselben lautstärke ist also ich habe jetzt gerade nur konnte abgesenkt aber das ist eigentlich dasselbe dass er viel entspannter klingt wenn man auf die vocals achtet also die vocals werden immer entspannter klingen als beim digitalen dann wäre für mich auch immer schön zu wissen das kann der schild ja gerne schreiben was er denn bevorzugen würde welche variante also wenn man system streaming hört ob er aber die digitalen oder bei der analogen wäre weil ich habe es auch den produzenten geschickt und es ist ein interessantes ergebnis da können wir gerne darüber reden ich lass mal laufen ok hast du das streaming plugin ist wieder drin hat man eine idee natürlich kann man jetzt sagen ja klar meine q klingt auch anders als der plug in die q als das und das aber was man finde ich merkt ist dass es halt wirklich entspannter klingt und dass das analoge und eigentlich für einen arbeitet was sagt jetzt der chat oder was sagst du stefan ja ich fand ich hatte irgendwie bei dem ersten teil als dieses piano drin war dachte ich irgendwie okay das ist das wirkt mir jetzt irgendwie lauter tatsächlich als in der digitalversion als ob das irgendwo anders angegriffen hat so ein bisschen frequenztechnisch als die kicks kam fand ich auch dass das ganze ein bisschen homogener in dem analogen master kam als in den digitalen ich muss aber ehrlich sagen ich fand es jetzt nicht tag und nacht unterschiede so als es war keine ahnung wenn ich jetzt musik zu hause laufen lassen mit meiner bluetooth anlage dann könnte mir der analog master oder digital master hintereinander gespielt werden und ich würde sagen ja ist der gleiche titel so vom grundprinzip also es ist man muss sich sehr analytisch hinsetzen und sagen es ist die variante oder die andere variante anhand der und der faktoren so was sehr interessant ist das ist vielleicht interessant für die für die arbeitsweise ich habe es halt nicht eins zu eins also nach also das steht ein db habe ich nicht einfach db reingedreht und abgezogen sondern ich habe es halt versucht zu matchen so gut es geht und ich mache kleinere schritte analog tatsächlich wo man natürlich auch merkt so ja vielleicht sind kisten nicht so kalibriert wie sie kalibriert sein sollten oder gebe nicht das wieder oder zum beispiel der ganze obere mittenbereich ich finde der der ist analog einfach cleaner es ist einfach es klingt es klingt weniger angestrengt finde ich was sagen denn die leute na ja bisher gibt es nur eine frage dazu wie du deinen creme einstellst ich schmeiße das mal gerade kurz rein vom daniel also genau er arbeitet sehr viel und gerne mit ihm wie stellst du denn deinen creme ein jetzt gerade das beispiel wenn du es noch im kopf hast ich werde bei dem auf jeden fall wahrscheinlich die längste textseite zu haben wegen dieser super 808 damit ich die nicht zu krass trücke und wahrscheinlich wahrscheinlich eine 300 300er release oder so sieht man es nicht nur slow auf jeden fall eine langsamere release so 300 aufwärts vielleicht auch die auto ich weiß nicht ich muss aber auch ganz ehrlich sagen beim cream den nutze ich oft gerne fürs höhenband das finde ich sehr nice oder wenn er trägt zu viel mitten hat besser und höhen band weil das ist ja wenn ich besser und höhen schelm mäßig anhebe das gleiche wie das würde ich mitten absenken aber die kompression die nutze ich ehrlich gesagt nicht so oft das ist das ist die kann passen muss aber nicht aber das ist ja wie bei jedem gerät so deswegen haben wir auch fünf kompressoren stehen aber es ist ja auch die also die kompression ist da ja für den klang in dem fall ist es der frau klar vca kompressor für den klang und nicht weil du sagst damit mache ich noch mal drei db damit ich das ding irgendwie laut krieg sondern gar nicht also das ist wie bei magic deathe ich wette die nadel hat sich nicht bewegt oder kaum es ging viel mehr darum den sound der cream hat ein trafo ein transformer drin der sehr ja der klingt sehr wie das wie ein tape eigentlich der macht so obenrum ein bisschen weniger und das schiebt so 100 herzen bisschen nach vorne das passt jetzt in dem fall analog besser als zum beispiel der iron der der bei 200 herzen der pusht wenn man ihn rein nimmt also viele sagen der ist clean aber man danach pusht der 200 herz extrem wenn man den einfach nur in die kette nimmt und das war dann einfach nur eine spielerei und deswegen habe ich für den dream entschieden also das ist wie gesagt es gibt halt auch kein setting für jeden track also manchmal benutze ich das hüllenband manchmal beide bänder oft ist er gar nicht in der kette kompression wenig mit ihm ja ja das ist manchmal auch so das fatale dabei also ich kenne das selber wir machen ja auch sehr viel kritisches hören und analytisches hören und wenn man wirklich entscheidet wie soll der finale mix sein dann gab es auch so sachen dann fängt man noch an sich gegenseitig nur noch die die solo knöpfe an dem controller hin zu stellen und zu sagen okay jetzt hör rein guck nicht hin drück einfach die ganze zeit hin und her bis du nicht mehr weiß wo du bist und dann dann versucht man halt mal zu hören wo ist der unterschied und wenn dann auf einmal irgendwie der 7000 euro kompressor gegen das plug-in verliert weil man klanglich sagt das was das plug-in gerade macht das funktioniert hier besser als diese eine kiste die du aber nicht umschalten kannst dann muss man aber auch ehrlich sein und sagen ja gut das ist also und dann ist das auch vollkommen okay und dann ist vielleicht für das konto ein bisschen schade gewesen aber vielleicht ist beim nächsten track anders oder beim nächsten dafür gibt es dafür gibt es dafür gibt es reverb.com ja genau dafür gibt es reverb.com so ist es jemanden der den dann der den dann haben möchte ja es ist dasselbe zum beispiel könnte das diskutieren wenn zum beispiel ein haupt werkzeug im monopostel ist vor allem spl pq ist ja ein ziemlich großer teurer eq und der klingt sehr 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 clean warum nutze ich den anstatt eines fab filter eqs das hat auch oft was damit zu tun dass halt haptik besser ist ich komme oft gefühlt schneller zum ziel wenn ich halt ein rädchen drehe als wenn ich mit der maus da irgendwie versuche rum zu hameln und dann komme ich irgendwo gegen dann ist es wieder anders das finde ich immer noch von der bedienung der haptik einfach besser und da kommt es wirklich auf die die wirklich kleinen unterschiede an die am ende dann den pq gewinnen lassen und der pq hat eine ziemlich starke phase also die phasen stabilität ist unglaublich bei diesem eq du kannst wirklich hohe q werte also hohe band 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 werte einstellen und du kriegst dabei wenig phasen probleme oder wenig ring artefakt oder sowas digitale sind da manchmal selbst wenn man sie linear face schaltet nicht so akkurat und wenn ich dann digitalen eq in linear face schalte dann kann ich mit dem wir den bass nicht so bearbeiten wie ich will weil dann krieg ich wieder pre-ringing das heißt bass sounds klingen gefühlt länger aus auf einer langen der fahre so kann man es glaube das kann man es gut beschreiben deswegen also da gewinnt dann der pq für mich statt zwei plugins ich muss ein pq ich drehe einfach fertig danke tschüss das ist halt so weniger ist oft mehr für mich vor allem er ist halt viel von der arbeitsweise abhängig wenn du irgendwie den ganzen tag ein master nach dem anderen raushaus und du weißt ein kunde meldet sich sowieso nächste woche und will was anders haben bevor du dann die ganze pq einstellung aufschreibt abfotografiert weiß nicht was gibt es mit sicher doch leute die sagen ich mache das alles digital weil dann kann ich einfach sagen session zwei jahre alt ich ziehe die wieder rein da ist das ding und vollkommen legitim ich habe für einen künstler machen wir was da ist auch immer schon die ansage bleibt bitte digital weil wahrscheinlich wird als siegt der a und r am ende den bass synthier ab und dann wird er ausgetauscht passiert passiert das ist halt ja das ist cool das ist okay das kann es kann man so machen und wie gesagt ich finde auch man kann digital sehr gute ergebnisse mittlerweile erzielen es ist noch schwerer also das analoge equipment spielt da einem schon in dem fall dann entgegen ja es gab noch keine meinung hier genau deswegen lasst uns meinen nächsten track wahrscheinlich die producenten und so sie morgen machen alle die digitale version tatsächlich lieber okay weil die mehr 2d war das klang für die mehr nach pop ja okay genau ich habe jetzt hier einen track von florian franke das ist eine jazz pop produktion das album heißt rosa elefanten das ist ein sehr schönes album das sind ich glaube elf oder zwölf tracks die alle live recorded wurden das sind alles live recordings keine overdubs und die wurden in deutschland in verschiedenen studios aufgenommen ich glaube der track den ich jetzt spiele der wurde in der tresor fabrik in duisburg aufgenommen ich bin mir aber nicht sicher es tut mir leid wenn es das falsche ist ich habe die gerade vom pegel mal angeglichen damit mix und master gleich laut sind und dann sage ich mal das microsoft pegel angleich für euch drüben aus und dann sage ich mal warum ich da jetzt analog gearbeitet habe komplett so aber hören wir das master bis zum ersten drop oder so mein kopf hängt in den wolken die luft ist viel zu dünn hier oben mein herz liegt auf der straße ich will nicht daran denken doch die gedanken ziehen kreise und immer wenn ich schweige flüstern sie ganz leise das glück ist niemals dort wo man gern wär den chorus schalt ich mal mit dem mixen und her, ein bisschen zeitspann ich frage mich manchmal was ein wesen wär wenn irgendwas anderes auf dem weg passiert man an den anderen sein herz verliert man woanders lebt oder woanders stirbt, oh ich frage mich manchmal was gewesen wär wenn irgendwas anderes auf dem weg passiert man an den anderen sein herz verliert man woanders lebt oder woanders stirbt, oh da ist der track im kurs habe ich ein bisschen hin und her geschaltet mit dem mix die hatte ich jetzt vom pegel ja angeglichen also das master ist ja eigentlich 11,5 db lauter genau für den streaming dienst müssen wir ein bisschen arbeiten hier das ist wie gesagt eine komplett live eingespielt platte ohne overdubs ohne alles das ist vor allem mit einem video tagebuch nenne ich jetzt einfach mal es ist quasi auch ein konzept album es gibt zu jedem track auch ein video von der session quasi und warum bin ich hier jetzt komplett analog geblieben tatsächlich also ganz analog stimmt nicht ich habe einen dsa benutzt und ein also einen digitalen outboard dsa aber oh mein gott aber warum was hat uns das so inspiriert da jetzt so zu arbeiten also wenn wir uns den mix warm anhören der klingt ja an sich eigentlich schon relativ ordentlich das ist halt für meinen geschmack ein bisschen zu viel bass also dass 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 selbe spiel wie immer zu wolkiger was ein bisschen zu wirklich und weil wahrscheinlich der bass so laut war sind die stimmen für mich ein bisschen zu hart das ist so eine masking geschichte ne also wenn man jetzt den bass was ich nicht hörte man dreht viel bass rein und denkt der bass ist hart dann merkt man vielleicht auch gar nicht dass dann die vocals viel zu hart sind weil wenn ich den bass jetzt reduziere stechen natürlich die drei bis vier k von den vocals extrem auf vorne auf einmal da merkt man so ein bisschen ungleichheit warum habe ich komplett analog gearbeitet bei dem track ganz einfach david roberts hat den aufgenommen und produziert der hat einen sehr guten job gemacht und werden die erste single von dem album schon ein paar monate vorher gemacht war die was für so ein spotify release früher rauskommen sollte und da war ich weiß gar nicht war ja im studio vielleicht haben wir hinterher geschickt ist ja auch egal da ich den track das war ein piano track nur stimme und piano und ich hatte ihn gefragt ob ich nicht einfach so ein bisschen vibe geben darf weil ich das gefühl hatte track würde so ein bisschen vibe fehlen dann meinte er ja mach mal wir können sich immer noch umentscheiden ist ja gar kein thema dann habe ich halt hatte ich in dem fall glaube ich mit dem spd iron der so tube bias geschichten da wo man den härter anfangen und das habe ich dann einfach mal hart härter angefahren und zurückgeschickt und das fanden alle geil dann meinte er beim album okay ich trau mich vielleicht hier und da nicht richtig mach erst mal und dann haben mich halt guckt okay ich habe hauptsächlich bei dem album die breiten pinsel benutze ich einfach mal so kisten die röhren haben kisten die transforme haben die sound haben sage ich meine und das hätte ich bei dem track oder bei dem album nicht digital nicht hinbekommen wie es wollte ich habe es hat vorher beim als die listening den ersten listening nichts bekommen habe einfach mal die q drauf gelegt und guckt komme ich da digital hin wo ich will aber es war halt diese diese dieser vibe unterschied den man bei dem track hat den 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 habe ich einfach nicht hinbekommen und da hat mir das analoge halt extrem entgegen gespielt ich weiß nicht mehr genau was ich alles in der kette hatte ich hatte mein krasse mit ihr in der kette ich hatte massive passive in der kette bei manchen tracks den iron manchen nicht und den pq und wahrscheinlich war es das tatsächlich auch schon abgesehen von limitern die da kommen aber es hat mir ungefähr ungemein geholfen einfach transformer da umzuschalten oder auch dann von pendul um den pl2 da mit den transformern zu spielen damit die trackseite gleichzeitig manche würden sagen der cloud dann passt aber in dem fall wasser genau das richtige da hat unten schön abgerundet sage ich mal und obenrum schon abgerundet und das klang hat alles viel homogener fand ich als als im mix aber der mix sehr gut ist aber das ist es war irgendwie für mich haben die zahnrächtchen so ein bisschen mehr geschlossen und ich glaube das war die das was die platte braucht und ich glaube das ergebnis ist auch ganz schön geworden haben wir jetzt noch zeit dass wir quasi mal versuchen das digital nachzubauen oder sind ja das können wir gerne machen kurze frage zum pl2 wurde gerade gesagt dass mit den transformern spielen der hat ja zwei verschiedene modi das mit dem jfett und dem ich weiß nicht mehr was es war mosfet genau die kannst du umschalten nutzt du beide tatsächlich weil ich finde mich da ich hängen bleibe immer an einem hängen weil das andere dann schalte ich immer rüber und denke ich bin gespannt ich bleibe 90 prozent der zeit auf mosfet und du ja das kann gut sein ich müsste ich muss ich hab den gerade drüben stehen ich habe den gerade drüben stehen deswegen müsste ich dann gucken wo die wo die schalter stehen aber das eigentlich ändere ich die fast nie ja das blaulicht doch das kann gut sein ja das ist der cleanere das ist der cleanere der weniger sound hat der der jay der macht vor diesem low cut so gefühlt da macht es ein bisschen knochiger so ein bisschen britischer sein ja 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 hertha macht das auch an sich glaube ich irgendwie ja genau also ich fand der macht es irgendwie hertha wenn man das macht dann ist man direkt irgendwie so oder nee das ist es nicht ja aber kann auch gut sein also ich hätte auch mal eine rockplatte die war für eine rockplatte zu weich gespielt dann schaltest du das ein und denkst dir jo das ist diesmal genau das was der track braucht also das ist immer die frage so was das sind dann zehn prozent der fälle also ja maximal genau hier fange ich jetzt einfach mal ich habe mir das im vorne an ist gar keine gedanken gemacht von vorne an also ich gucke mir das quasi hier im chorus vom track wie viel headroom haben wir das wird sehr viel sein nämlich an weil das sehr low ausgespielt wurde und da bringt das ganz erst mal auf pegel ich kann dabei so ein bisschen reden sehr sehr leise und dann sehen wir dass ich ja quasi noch locker 17 db headroom habe 65 16 db irgendwie sowas und eine technik die ich vorhin angesprochen habe die ich aber gezeigt habe ist das clipping und da wird jetzt einfach mal mit dem clipper quasi starten auch da da gibt es 10.000 ich nutze einfach mal den hier weichen in und auswendig kann ich hoffe der kommt soweit kommt da bei clippern auch vorsichtig benutzen lieber weniger ist zu viel ich stelle mir auch hier die skala runter damit es halt sieht dass es wenig ist ich halte mir ziehe auch für den stream ist noch an perfekt mein headroom wieder ein damit ich nicht die ohren weg puste und dann kann ich ja wie ich sehe erst mal 17 db aufholen nämlich mal perfekt anzuarbeiten das mache ich mit dem make-up ich sage ihm aber ich möchte 1 db headroom lassen damit der nächste limiter der in die kette kommt nicht direkt ein geknipptes signal kriegt ich mache mich kein ober sampling an das ober sampling gefällt mir meistens klanglich nicht das ist ja auch klar weil das stimmt ja nicht ich muss da 12 db drauf rechnen das ist sehr wegen der abseckung genau deswegen machen wir mal weg das ist ja alles falsch gerade wahrscheinlich 6 db das ist ein bisschen strange durch den streaming hatte ich gerade ein sample rate klatsch das wurde mal schneller mal langsamer egal beziehungs durch die klaus hofft das passt so man sieht die meisten peaks kommen entweder von der snare die härter geschlagen wird als davor oftens aber auch vocals dass wenn flow gas gibt so ein bisschen die die vocals gedacht werden ich würde das erst mal so lassen das ist so im schnitt um die um die 2 db sagt jetzt einfach mal ist schon viel aber es ist so alles ist nur für 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 forschung für jugend forscht was würde ich für den limiter noch bei denen benutzen ich meine wir waren eben beim 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 pro l bleiben wir einfach beim pro l ich glaube das passt ganz gut wie gesagt peak limiter mache ich immer aus weil intersample peaking intersample limiting klingt für mich immer quadratischer immer viel komprimierter als ohne und wenn wir ganz ehrlich sind intersample peaks sind nicht so schlimm wie einem immer verkauft wird es ist im prinzip scheißegal um ich werde noch im dritten limiter wahrscheinlich mit reinnehmen deswegen lasse ich mir hier wieder ein headroom von 1 db und guck mal dass er 2 db arbeitet dann spiel ich mal mit dem style ein bisschen und guck mal attack and release wo ich hin muss weit entfernt ich frage mich manchmal was gewesen wäre wenn irgendwas anderes auf dem weg passiert man das selbe ding wie eben ich bin kein fan davon dass dann halt irgendwie die channels auseinanderbrechen deswegen dass ich sie direkt gelingt gerade auch bei so einer live session mit akustik instrumenten ist das noch mal eine andere nummer genau ich habe aber das gefühl dass die release zum beispiel kürzer sein könnte damit das ganze ein bisschen fluffiger klingt wenn wir die release kürzer machen merken wir auch sofort dass der bass weniger stehen bleibt sage ich mal und dass der bass ein bisschen nach hinten rückt und das finde ich jetzt in dem fall zum beispiel gar nicht so verkehrt also ich mache einen etwas kurzen release wie der ansonsten arbeitet finde ich gerade okay deswegen lasse ich den rest erstmal so ich würde den look erhält und die attack würde ich jetzt erstmal so lassen könnte mal gucken höchstens ob der punchy modus ob der ein bisschen bisschen mehr bounce in die bass drum bringt oder ob das dann schon sehr pumpt pumpen wollen wir mich eigentlich nicht schau ich mach rein und her oh gott ich finde es schlecht vielleicht bleibt ja ja der packt das mehr zusammen das andere man hat auf jeden fall auch mehr effekt bei dem punchy genau das andere ist mit zu soft tatsächlich soft ist in dem fall gut aber es wäre mit zu soft ich hatte bei dem auf jeden fall als digital limiter den ozon drin zu nehmen jetzt einfach auch und da hatte ich den auch in diesem multiband modus weil das auch wieder ein track ist wo ich ein bisschen zu viel bass hatte und es geführt dass der mir ein bisschen mehr luftigkeit gibt beim letzten lasse ich nur noch 0,1 db headroom weil das ist unter null das reicht für die meisten platten spieler und sowas wenn es intersample peaks gibt dann kann sie ja jemand hören vom level jetzt minimal unter dem master aber ich lasse mir gerne beim arbeiten jetzt erstmal ein bisschen headroom weil wenn ich jetzt noch eq wird das ganze ja von gefühlten her wahrscheinlich auch ein bisschen lauter und dann sind wir schon da quasi wo wir hin wollen was natürlich jetzt schwer wird ist digital diese ganzen transformer wie sie waren nachzubilden deswegen bleibe ich einfach mal struhe digital ich nehme eine pro q und um kommentiert irgendwie ich möchte ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht was gewesen wäre wenn irgendwas anderes auf dem Weg passiert man an dem anderen ist ein Herz von dem woanders lebt oder woanders stört dann merken wir vor allem dass dieser bereich hier ne der ist sehr dick da drunter also ich glaube man kann schon bis 50 Hertz ein bisschen was rausnehmen ich mach mal die skalierung hier anders damit das ein bisschen größer aussieht ich übertreibe jetzt auch mal in allen settings ein bisschen einfach nur damit man versteht in welche Richtung das ganze dann gehen soll ich schalte auch mal auf dem Master ein und her dann merken wir vor allem hier so ne Resonanz irgendwo da geht es auch eher so darum dann Resonanzen im Track irgendwie ein bisschen abzusenken der Bass hat so eine quarkige Nase die ist irgendwo zwischen 100 und 200 meistens das ist ein typischer wahrscheinlich ein typischer Fender Bass der hat seine Resonanz meistens so bei 160, 170 Hertz das ist bauartbedingt von den Kisten geht aber eigentlich ist doch eher hier so wär sonst auch zu viel Snare ne sonst wird man der Snare ordentlich was am Body klauen genau ich mach es mal also ich mach es wirklich mit größere Schritte als üblich ne das ist einfach mal wenn es einen Unterschied hört ich hab jetzt schon das Gefühl dass es balancierter klingt einfach nur weil wir weil die Speaker in dem Falle Headphones die ich auf habe nicht mehr so vom Bass getriggert werden also die Membran muss nicht mehr so kämpfen mit dem was da unten rum ist und das fühlt sich halt nicht an als hätten wir wenig Bass sondern einfach nur als wäre es ausgeglichener ich muss aber auch ganz ehrlich sagen auf Kopfhörern kann ich das nicht beurteilen ich würde jetzt auch die Speaker wechseln aber der Track hat viel mehr Höhen das ist also das Master hat viel mehr Höhen ich übertreibe es auch mal komplett hier wahrscheinlich habe ich mit meinem Custom EQ irgendwo um die 15k was reingedreht also wirklich so ein R-Band mäßig ich betreibe es mal viel und da merken wir jetzt einen typischen Schritt eigentlich ist das High-Hand jetzt da wo es sein sollte aber durch meine breites Hochziehen der Höhen merkt man jetzt auch wie S-Laute nach vorne kommen wie High-Hands vielleicht ein bisschen scharf werden etc und da müsste ich jetzt quasi mit einem schmaleren Tool sag ich mal wie eine PQ oder sowas würde ich da jetzt gegen kämpfen also dass ich dann sage okay wo sind die S-Laute keine Ahnung lass ich mal bei 7k sein einfach nur mal jetzt hier um ein bisschen zu demonstrieren wie es geht und dann senke ich da ein bisschen ab und wenn ich dann beide drin habe klingt das wahrscheinlich homogener als ohne so tun wir mal so wahrscheinlich ist genau das der Bereich wo ich den DS-H benutzt habe damit diese S-Laute halt reduziert werden aber es geht hier nur um die Philosophie also wenn ich dann quasi mit dem breiten Pinsel dem Track färbe dass ich dann quasi mit einem dünneren sage okay ich gebe ihm die Q-Tool wieder oder das was der Massive Passive in dem Fall oder was auch immer das war halt zu breit dreht weil er nicht schmaler kann aber die Höhen klingen trotzdem schöner als bei einem anderen EQ dann gehe ich halt mit dem anderen hin und sage okay ich reduziere da wieder oder ich gleiche wieder aus das kann man natürlich so machen das kann man mit einem mit einem dynamischen EQ machen ich könnte die natürlich jetzt auch einfach als dynamische EQs drin haben dass ich sage okay immer nur wenn ein Threshold überschritten wird wird da reduziert das muss man von Track-to-Track gucken was da am besten passt trotzdem muss man an der Stelle vielleicht nochmal sagen du hast die Skalierung geändert also auch wenn du sagst oh ich mache jetzt dramatisch was dann sind das 3 dB ja aber 3 dB ist schon viel ja ne aber ich meine jetzt ne wenn man so eine EQ-Kurve sieht die kriegst du bei anderen EQs wenn es nicht der Fabfilter ist dann können das auch mal 10 dB sein das ist natürlich nicht so es sind wirklich kleine Änderungen aber gerade auch diese Bassresonanz wenn man die runter zieht ich fand auch insgesamt es wirkte alles irgendwie sogar ein Stück breiter durch diese Aufgeräumtheit das fand ich nämlich bei diesem bei dem Master selber finde ich es irgendwie so wenn man sich den Mix anhört dann klingt halt Stereo so und wenn ich mir also eher auf einer Ebene auseinander gezogen und wenn ich mir das Master anhöre dann klingt das so ein bisschen nach unten geklappt also fast Stereo erweiternd hier auf den Kopfhörern habe ich wirklich eine klasse Trennung und ich habe es halt wirklich super breit genau ja das ist so wunderbar ja super vielen Dank für den Einblick wir sind auch an der Stelle wir haben jetzt schon ein bisschen was überzogen deswegen wollen wir noch kurz zwei Fragen ansprechen bevor wir dich in den Chat entlassen und dort weitere Fragen gestellt werden dürfen einmal von Jesse der sich fragt wie du Phasenprobleme im EQ erkennst oder erhörst ähm ja das ist sehr schwer ähm am besten nimmst du dir wirklich mal ein EQ schaltest den in MS und dann nimmst du erstmal wirklich mit den Seitenen irgendwelche Schweine rein die ganz extrem sind mach es mal 12 dB bei einer Frequenz rein am besten im Bass oder sowas und dann hörst du was quasi mit dem Track passiert und ähm dieses metallische Kaugummimäßige was sich dabei auseinander zieht das sind Phasenprobleme und ähm wenn du so ein bisschen darauf trainiert bist dass du weißt wie sowas klingt hörst du das bei manchen IQs dann sofort oder auch nicht ähm zum Beispiel Fettfilter mag ich sehr gerne dafür dass man halt ähm keine Ahnung 27 Bänder machen kann wenn man will ähm versucht das aber so gering zu halten wie möglich weil je mehr Bänder man benutzt desto mehr verändert man die Phase bei jedem IQ Schritt und desto hohler und weniger griffig wird der Track also wenn man jetzt mehr als 5 oder so benutzt dann ist schon dann wird man schon merken dass sich da was verändert was man vielleicht gar nicht haben möchte oder wenn man dann denkt so ich komm immer noch nicht zum Ziel und irgendwie klingt das jetzt irgendwie gar nicht mehr so gut wie am Anfang und sonst was dann Reset und neu machen und ähm da hat man wahrscheinlich einfach zu viel gemacht ok danke und äh zweite Frage von Stefan zum Thema Albenproduktion wenn man äh innerhalb von ein bis zwei Monaten äh die Tracks für ein Album fertig machst ja hebst du dir das quasi auf oder machst du die Single erst oder machst du erstmal einen Track und dann guck mal wo man hinkommt also die läuft sowas also ähm es gibt halt Produktionen da kommt halt jeden Monat ein Track sag ich mal weil die auch immer schon mal als Single rausgehauen werden und dann werden die nachher nur noch wirklich als CD zusammengestellt da ändert sich dann nichts mehr weil wir wissen von Anfang an schon ok es gibt später ein Album also muss das ganze Ding in sich homogen klingen ähm diese Produktion zum Beispiel das war einfach nur weil die Single war halt vorne war halt schon vorne weg dann schreibt man sich das Setup auf ich weiß welche Geräte hab ich benutzt und ähm den Rest des Albums hab ich dann an einem Tag gemacht also das ist dann man macht dann auch den klassischen Recall dass man sagt ok ich versuche bei einem Album dieselben Geräte zu benutzen und sonst was damit man halt vom Grundstil immer gleich bleibt außer es wäre jetzt ein Mix dabei der vollkommen ausbricht aber in den meisten Fällen wenn man ein Album kriegt sind da ja höchstens zwei Leute am Mischen gewesen und selbst die sprechen sich ab und dann ist das am Ende noch homogen ja wunderbar vielen Dank ähm ja Roy wunderbar äh tausend Dank dass du hier teilnimmst dass du dabei warst hat sehr viel Spaß gemacht war schön gerne rein zu blicken äh klar ich äh ich kenn dich ja noch äh als du noch so groß warst quasi und jetzt bist du quasi da da wo ist hier äh ja auf jeden Fall bist du gut unterwegs und für alle die da draußen äh was haben was gemastert werden kann oder wo ihr einfach einen Eindruck haben wollt ähm das waren auch solche Geschichten die haben mir sehr sehr viel geholfen ähm selbst wenn ihr ein Album mischt und sagt okay ich will vielleicht sogar Sachen selber mastern oder irgendwas anstatt mir jetzt einen großen teuren IQ oder nochmal fünf Plugins zu kaufen äh äh schickt doch mal einen Titel an Roy quatscht mit ihm da drüber guckt wo die Problemchen liegen guckt was er gemacht hat äh und die nächsten Mixe werden deutlich besser beziehungsweise auch das eigene Master man kann auch äh Sachen rüber schicken die man vielleicht selber gemastert hat und schickt mal den Mix rüber und sagt jetzt master du doch mal und dann vergleiche ich das und es geht da wirklich um äh Detail hören wie man ja auch heute gemerkt hat und ganz viel Shootout Sachen vergleichen drüber diskutieren bei euch im Team ist das natürlich super dass man immer noch eine Meinung haben kann äh sofern dann alle gleichzeitig im Studio sind so wie es hier bei uns auch passiert dass man sagt irgendwie hör doch mal kurz rein was findest du denn eigentlich besser Version A Version B äh ohne dann wirklich zu sagen was es eigentlich ist ne also deswegen ist es ja einfach viel Audio Wissen und eigentlich äh Expertise die man sich einkauft und nicht ein Custom EQ den man sich einkauft in erster Linie aber der kann einen natürlich irgendwo hinbringen mhm genau äh in erster Linie ist das VXJS so Akustik sag ich immer also ähm macht euch das Hören so einfach wie so einfach wie möglich dass man sich nicht anstrengen muss zu hören ähm und ähm alles andere ist quasi Teamarbeit dass man guckt so keine Ahnung kann einem die Augen öffnen sagt man ja klar das ist das warum hab ich das nicht direkt so gemacht oder ne dass man irgendwie zusammen ein Ziel erarbeitet das ist immer das 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 Schönste ja ja wunderbar ähm genau ist schon eingeblendet die E-Mail Adresse wie man dich kontaktieren kann bei Monoposto Mastering in Düsseldorf und äh oder schreibt mir bei Instagram oder Facebook ne je nachdem wo ihr unterwegs seid Facebook bin ich so oft aber Instagram antworte ich eigentlich relativ fix und dann ähm quatschen wir ich komm schon in den Chat wunderbar genau du kommst jetzt in den Chat du hast das alles schon vorbereitet äh dann bedanken wir uns nochmal bei dir war schön dass du dabei warst und wir haben dich natürlich immer wieder gerne hier und äh bis zum nächsten Mal Und auf er ever